einen wunderschönen guten abend und ja ich habe mal was vorzuspielen was er ungewöhnlich für meinen kanal ist da es wieder mit rollenspiel wirklich was zu tun hat noch adventure sondern eher sowas bin dann könnte man sagen es ist eher so so eine simulation aber da werden wir auch nicht so tief eingehen und zwar boot ich habe das schon länger im auge gehabt vor allem weil ich es auch schon im early access ein bisschen gespielt habe da hat sich aber seitdem schon viel geändert und jetzt ist es released als vollversion ich spiele ungern etwas im early access weil es einfach es ist unvollständig nicht richtig keine ahnung und es gibt halt herum geschaffen und darum würde ich machen dass ich irgendeine kampagne einfach mal starten und ich habe mir das mal angeschaut hier die ersten drei starten am 1 september 1939 ich muss sagen ich bin ich kenne mich mit der kampf kriegs marine nicht gut aus also dass sie kommt wieder schon 1940 aber das kriegen wir schon irgendwie hin und ich wollte ein paar einstellungen machen und dann kann man mal ganz können wir spaßig ein bisschen spielen und vielleicht könnte ja ein paar leute sich auch für mich hier einschreiben das hier ist welche ganz neu das sind jetzt ein kleines brot das wollte ich jetzt nicht irgendwie schwieriger finde ich habe es mal einen beta test gehabt oder keine ahnung da machen wir einfach das normale ich wollte eigentlich so ausgewogen was machen aber wir stellen das sowieso noch mal ein bisschen ein weil einige sachen sind und sind seltsam also die schwierigkeit der kai es gibt halt zwei drei schwierigkeitsgrade und ich würde das eher so mittel einfacher mich schwer will ich auf keinen fall so gut bin ich in diesem spiel nicht ich weiß nicht woraus abgelobt die mich schnell entdecken ob die gut schießen können oder wie hartnäckig dieses land sind hier steht schwierigkeitsgrade im gefecht es sollte eigentlich zu keinem gefecht kommen wenn man es gut spielt zwei drei schüsse und dann abhauen naja so funktioniert das ja nachschub schwierigkeit preis leistungsverhältnis lassen wir mal so matrosendienstpläne ist sehr komplex ist da lasse ich finger von mittel meiner lc lösung das ist zwar cool das alles selbst zu berechnen aber ich habe das irgendwie noch nicht so ganz verstanden darum dass man als lebensmittelverwaltung dass ich auf jeden fall drin das ist ganz das ist sehr etwas realistischer kollisionsschäden lassen auch drin aktiviert wenn der automatisch ist aktiviert das bietet für eine automatische rückkehren in den hafen ach so naja gut lassen wir es malen torpedoversager halb realistisch ich weiß nicht ob man das richtig ausspricht da hier hat das mit zu tun dass man trotzdem wasser einbruch machen wir weil das ist auch wichtig ist sowieso teil des spiels das auch mal wasser reinkommt dunklere nächte dass ich aus und sieht man gar nichts ehrlich dass man immer sieht dann wirklich nichts beschädigungen lassen wir auf mittel das lasse ich an nur eine einsatzziele weil da habe ich mehr probleme ich das ist obwohl wo ich hin muss na und da will ich schon dass ich das schon mal ein bisschen sehr ansatzbefehl deckungs alarm ja das war normal oberkommando wo waren das genau oberkommando war das das ist etwas was mich in genervt hat weil das irgendwie nichts mit dem spiel an sich als schiffskommandant zu tun hat denn die forschung es gibt ein forschungssystem in diesem spiel und da muss man seine seine leute abstellen dass die forschen gehen damit man und dass das finde ich ein bisschen seltsam das hat irgendwie nichts damit zu tun also man hat nicht leute aus sei aus dem u-bud genommen die jetzt sagen du forschst am torpedo wenn er jetzt gerade ein obergenie war darum ist das etwas das hat auch mit dem realismus sich zu lassen das lasse ich mache ich auf automatisch das ist nämlich das führt forschung durch so wie es historisch auch war zu bestimmten zeitpunkten das bestimmte torpedos oder bestimmte gerätschaften erst automatisch erscheinen aber einen bestimmten datum sowie die historie das auch gemacht hat art der einsatz abwechslungsreich vielfältig einsatz sind abwechslungsreich bestehen aus verschiedenen aktivitäten hauptsächlich routinie einsatz bestimmt hauptsächlich aus patrouille und mineneinsätze ok routine mission bestehen fast aus patrouille machen warum sollte ich ich mache abwechslungsreich wir wollen ja mal machen ja auch ein paar andere sachen machen die sind ganz witzig gut ich bin immer noch nicht so ich weiß nicht ich bin nicht der beste spieler ist und ich will etwas erreichen im spiel aber lassen wir mal mittel schwierigkeitsgrad mannschaft lassen wir so und genau so machen wir das jetzt muss ich mich selbst erstellen als eingespielte mannschaft werden wir dem feind zeigen wozu ein u-boot in der lage ist der hört sich an wie ein youtuber ich glaube das ist auch einer bleibt ruhig und konzentriert männer wir schaffen das auf gefechtsstationen anlauf beginnt das ist ein sykron sprecher nämlich körperform schwer das hat jetzt irgendwie keine fernglas ja ich war brille und ich habe ja auch eine brille machen wir aber hier dann fernglas schön mitzukommen man dann leben ja kommandant die haben das immer so glatze ich habe bad haarfarbe braun ich habe eigentlich brauner hafer das sieht man nicht so genau lassen wir das so der heißt nicht klaus graf der heißt wie ich erst mal intro weniger als die hälfte von ihnen kehrten nach hause zurück das war ein harter job ihr leben und der kampf wurden zur legende und der kampf war ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Drei Versionen, wie man das Spiel normalen Modus hat, das sehen wir jetzt gleich, dann gibt es noch Ego-Perspektive, dann wechselt man einzeln bei diesen Offizieren hin und her, aus deren Sicht, und dann gibt es noch die Kommandant-Perspektive, die habe ich mir mal letztens angeguckt, die wäre cool, aber da ist nicht mal nix. Freitag, 1. September 1939, Hafen von Wilhelmshaven. Ich habe erst vor kurzem mein U-Boot wirklich mal besichtigt, na, also die Dinger sind wirklich eng, eng, das kann man sich nicht vorstellen. So, das ist unsere Map, hier sehen wir, Deutschland führt gerade, es fängt an mit dem Einmarsch nach Polen, also der Blitzkrieg beginnt, damit haben wir aber nix zu tun. Wir müssen uns um die Hafensachen hier erstmal beschäftigen. Und ja, wir haben 4.000 Budget, wir müssen einkaufen auch, und ich mache das ein bisschen leiser, das ist ja recht schlaut. Und so, ähm, ich wollte hier einige Sachen zeigen, so, ich habe natürlich, ich habe die Kampagne damals gemacht, äh, mh, ich habe das ein bisschen, die Story, die Steuerung habe ich ein bisschen drin, aber wo waren die ganzen, U-Boot-Pedias, neue Mannschaft, genau, die Mannschaften, wir haben hier nämlich, ähm, das bin ich, das ist der Horst Weber, der Michael Knoth, der Kurt Hofmann, der Karls Schusser, sind im Moment meine Offiziere, ich brauche ein paar mehr später, aber das ist, das sind meine, die können auch Offiziere werden, ähm, meine Mannschaften, dann kann ich, habe ich noch Platz für acht Leute, äh, bedenkt, Normalerweise waren in einem U-Boot erheblich mehr Leute, aber das hätte man nicht darstellen können, glaube ich, ähm, darum haben sie es ein bisschen vereinfacht dargestellt, weil die lebt wirklich, äh, die haben miteinander gekuschelt, äh, das ist einfach, das muss man sich vorstellen, monatelang aufs Seeland, das ist, hab ich nicht durchgehalten, Respekt an alle. Das ist dieses, äh, der Dienstplan, das erinnert es, äh, etwas so an diese, ähm, ähm, RimWorld-Spiel, ähm, soll auch das der Sinn sein, da habe ich mich, ähm, das lasse ich aber mal, weil standardmäßig ist alles recht gut, äh, man kann es auch detaillierter haben, Dienstzeiten, die sind auch Standard drin, ähm, ähm, die lassen wir auch mal hier, dann kann man das nochmal in Matrose hinzufügen, ne, wie viele Matrosen zuständig sind, äh, dann gibt's Spezialisierungen, also man skillt auch ein bisschen, na, man kann den Tauchgang beschleunigen, also man fängt wirklich an, das Boot selbst, Tauchplan, ähm, das ist, ähm, das habe ich, das ist neu, das ist das, ähm, dass der mal taucht, um zu horchen, das mache ich noch manuell am Anfang, das kann sein, wenn man irgendwie so Standardaufträge macht, na, dass man so große, äh, Patrouillen fährt, dass man so einmal am Tag taucht, um mal zu hören, ob irgendwas in der Nähe ist, das werden wir aber gleich alles machen, und darum verlasse ich Finger von, das einzig, wo ich dann dahin gehe, ist zum Beispiel hier zu machen, dass ich den Namen ändere, ne, also, das ist zum Beispiel der Ingenieur, ähm, die Skillen auch, Offizier ist immer in Eile, okay, er war schneller, Junge, das sind hier eigentlich mein zweiter Mann, das ist der Funker, das ist der zweite Mann, na ja, das ist der Befehl zwar, das ist der zweite Mann, ähm, Rado, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, zum ersten Mal chattest du bei mir, hallo, schön, dass du da bist, da du grad hier bist, äh, wo ich hier grad, äh, wo du grad als erstes hier bin, ähm, ähm, ich habe noch, ähm, Posten zu verteilen, dann könnte ich dich einbauen, na, ich, äh, ähm, was für ein Posten würdest du vielleicht, mal willst du den Ingenieur, soll den Ingenieur tragen, also ich habe zwei Ingenieure, einen Funker, der auch Arzt ist übrigens, äh, und noch einen zweiten Offizier, ne, der erste Offizier eigentlich, weil ich bin der oberste Offizier, leider habe ich mehr noch nicht, oder wird es einfach ein Mannschaftsmitglied spielen, könnte ich dir einen Namen geben, was mir auch gefallen ist, der Spootje ist gar nicht als Offizier drin, und das ist einer der wichtigsten Menschen auf einem U-Boot gewesen, na, also, was, ich glaube, der war sogar eher der Sanitäter als der Funker, hier, das wäre zum Beispiel der Funker, was können die eigentlich, ja, Sanitäter, na, genau, aber der ist französischsprachig, das ist, den muss ich mehr, das ist gut, es gibt auch Außeneinsätze, dann muss ich das mal machen, der, der ist Händler, ah, cool, der ist englischsprachig, das ist auch sehr praktisch, der ist schnell, und ich bin hart im Nehmen. ein Ding drüber nach, so, ähm, wir sind natürlich noch auf, ähm, an Land, ähm, ich gucke erstmal, was wir hier für auftreten, um die Befehle von BDU weiterzuleiten, wie kann ich Ihnen behilflich sein? ja, was brauche ich, ich möchte ein, ähm, ich möchte Befehle, Ansatzbefehle von BDU, streng geheim, streng geheim, ja, ich sehe es, wir haben nur, ähm, da wir das erste Mal machen, haben wir jetzt erstmal drei Patrouillen, da fahre ich auf keinen Fall hin, ja, also ich nehme lieber den oberen Bereich, du willst den Funker, na, 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 gut, dann werde ich dich jetzt gleich zum Funker machen, genau, Mannschaft, der Funker war hier, der Französisch sprechende Karl-Heinz Schuster, der heißt aber jetzt nicht mehr so, das ist der Rado Minus, das ist der Funker, Funk, Obermarch heißt er, Stufe 1, dann haben wir den Funker schon mal gesetzt, der sitzt auch gerade am Funk, na, am, ähm, am Hafen hat man noch nicht so viel zu tun, aber ich muss erstmal gucken, so, ich muss natürlich, äh, Waren haben, also ich brauche Dinge, Lebensmittel ist erstmal ganz sehr wichtig, erstmal alles, was wir hier, ähm, umsonst geben können, nehme ich mit, dann brauchen wir natürlich, um Skorbut vorzubeugen, brauchen wir Obst, das hat mich jetzt schon sehr sehr viel gekostet, je abwechstungsreicher das Essen, desto höher ist auch die Moral, und Dosenfutter ist einfach nicht der beliebteste, ne, wir haben hier keinen Fisch, das ist schade, sonst hätte ich Fisch geholt, Munition, äh, habe ich alles, jetzt Torpedos, genau, wird geladen, aha, hier sieht man auch unterschiedlich, T2 für eins, also die, die was kosten, äh, sind natürlich etwas besser, die nehme ich natürlich als erstes, so, die Rest kostet nix, so, so, ja, wir brauchen ja auch unsere Torpedos, ne, also ohne Tor, die Ideale, wie sind sie immer hier genannt werden, so, Gegenstände, Hauchglocke wär cool, das kostet mich zu viel, Dynamit, Sprengladung, ich nehme eine mit, die kann man immer mal gebrauchen, ähm, wofür werden wir wahrscheinlich irgendwann mal sehen, wir haben, äh, wir haben, äh, ich geh mal Schmiermittel mit, besser haben, ne, als nicht haben, wie bei Kondomen, Kraftstoff ist, äh, aufgeladen, ansonsten, wird verladen, okay, da ist eine Sache, die dauert noch, wird verladen, ja, das dauert noch ein bisschen, ich kann mein Boot auch aufrüsten, äh, wir fangen hier gerade an, da ist noch nix zum Aufrüsten, hier sieht man nämlich Ausrüstungsproduktion, die Forschung wird in elf Tagen abgeschlossen, Forschung, genau, ähm, das habe ich auf Automatik gestellt, um es historisch korrekt zu lassen, wie gesagt, ich hab das, das ist sehr seltsam, Rekrutierungsoffizier brauchen wir nicht, jetzt schauen wir uns natürlich erstmal an, wo müssen wir hin, darum fahren wir erstmal einfach diesen Kurs, das ist blöd, dass wir jetzt genau hier sind, ne, und dann fahren wir natürlich los, ich kann jederzeit übrigens, die Haut eines Offiziersschlüsse, es gibt natürlich auch diesen Kommandantenmodus, dass man nur mit dem Kommandanten rumläuft, dauernd, und aus seiner Sicht alles, äh, dann gibt man hier Befehle, und sonst alles nach seiner Sicht ist, ne, das ist, für Streaming ist das aber sehr seltsam, weil man sieht dann halt nichts, ne, wenn ein Torpedo einschlägt können, kann ich es nicht zeigen, weil der Kommander zieht das ja nicht, darum finde ich das etwas, äh, und irgendwann möchte ich auch mal die Ziellösung allein machen, oder so, das muss ich unbedingt mir mal beibringen, also guck mal hier, das ist doch alles schick aus, ne, manchmal frage ich mich, was, warum gucken die jetzt mit dem Fernglas da rein, da könnte kein Feind sein, nur als Info, gut, lassen wir den Kommandanten Kommandant sein, ah, jetzt habe ich mich verklickt, so, so, natürlich kann man jetzt, in Echtzeit könnte man jetzt das laufen lassen, wäre aber, glaube ich, äh, nicht so sonderlich toll, darum gehen wir auf Karte, ja, vielleicht ist der hübsche Frau, ja, so nachts, ne, die dann da oben, die dann so rumgammeln am Hafen, ne, so, verlassen wir den Hafen, das dauert ein bisschen, das ist eine schöne Option, das hatte ich nämlich, ähm, im early access gab es das noch nicht, äh, weil das dauert so ewig, bis sie raus, bis weiter, weil man nur ganz, ganz langsam fahren kann, ne, aber es passiert ja nichts, gut, und, wir können mal hier mal zwei Arthrosen zusetzen, damit, ja, damit das bisschen effektiver, im Moment darf ich, äh, bestimmte Schiffe noch nicht angreifen, weil wir sind nicht im Krieg mit England zur Zeit, ne, im Moment gibt's diese polnische Invasion, aber Frankreich oder so, da gibt's noch keine Kriegserklärung, da muss ich noch aufpassen. Ich vermisse meine Frau und meine Kinder, es ist hart, solange von ihnen getrennt zu sein. Du bist gerade aus dem Hafen raus. Torpedo-Rohr 3 gewartet. Der verbisst jetzt schon seit der Frau. So. Ja, Patrouillengebiet erreicht. Jetzt müsste der Funker eigentlich funken, aber der pennt grad. Den lassen wir noch pennen, das ist jetzt noch nicht so das Schlimme. Ähm. Ich fahre erstmal hier hin. Kann ich... So. Ah, bis jetzt Zeitvorspulen. Also ich muss... Wir hoffen, dass diese Nachricht erreicht sie und ihre Besatzung bei bester Gesundheit und guter Stimmung. Sie haben den Befehl, bis auf weiteres Operationsgebiet AN-16 bis AN-52 zu patrouillieren. Behalten Sie diese Patrouille bei, bis sie 2000 km zurückgelegt haben oder weitere Befehle erhalten, je nachdem, was zuerst eintrifft. Nachricht dienstliche Erkenntnisse deuten auf eine starke feindliche Marineaktivität in dieser Region hin. Bleiben Sie wachsam, priorisieren Sie die Identifizierung und Meldung feindlicher Schiffe. Ihre Expertise und Urteilsvermögen sind entscheidend für den Erfolg dieser Mission. Und denken Sie daran, Herr Kommandant, die Sicherheit Ihrer Besatzung hat oberste Priorität. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, halten Sie stets Ihr Wohlergehen im Vordergrund. Viel Glück auf Ihrer Patrouille. Wir erwarten Ihre sichere und erfolgreiche Rückkehr. Mit feindlichen Aktionen auf Seiten der politischen Bündnis nach England und Frankreich ist nicht zu rechnen. Feindliche Handlung gegen Sie sind bis auf weiteres und da sagt. Also ich darf England und Frankreich, also Leute mit England Flaggen und Frankreich Flaggen nicht angreifen zur Zeit. Moment, ich muss hier einen nervigen... Ist das nervig. Ich... Ich hasse Bots. Gut. Aber er kann schon mal sagen, dass wir da sind. Na ja, der Minus hier... Der Obermarkt Minus, der kann den Bericht mal abschicken. Punkt Telegram gesendet. Ja, dafür dafür Erfahrungspunkte bekommen und ich habe ein bisschen Währung bekommen. Ich fahre hier in diese Mitte, weil es da finde ich immer am besten ist, da mal zu tauchen und dann zu horschen. Ja. Vielleicht kriege ich ja den Befehl England anzugreifen oder so. Keine Ahnung. Das müssen wir mal schauen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Na ja, der kriegt mal ein paar mehr Matrosen, dann kann er besser schauen. So. Schade, dass es so dunkel ist. Ähm... Rotlicht bitte an. Rotlicht wechseln. Das ist einfach... Das ist Sache... So verschiedene Lichter gab es im Originalen, also in Realität nicht. Das ist jetzt eine spielerische Sache. Jetzt wird es heller, das Bild. Ähm... Weil sich bei Rotlicht die Leute sich besser anpassen könnten. So. Wir machen jetzt was folgendes. Und zwar wir machen einen Horsch-Tauchgang. Wir tauchen auf. 35 Meter. Horschraum besetzen. Jetzt wird der Rado nämlich horchen. Dafür tauchen wir jetzt. Ähm... Machen alle Motoren aus. Alles was Geräusche macht, machen wir aus. Und dann horchen wir, ob wir irgendwas finden. Und das kann man ja natürlich jetzt hier auch mal zeigen. Das dauert ein bisschen, weil die Leute müssen das alles vorbereiten. Hier. Die haben sich hier hinten gesetzt. Genau. Und jetzt fangen sie an runterzufahren. Mal gucken. 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 die waren nämlich im grunde nicht sehr oft unter wasser das ist ja immer noch ein boot so jetzt für unter wasser jetzt sieht man noch weniger ist wir haben ein schraubengeräusch 25 meter sehr sehr gut dass da kümmern wir uns jetzt mal darum genau wir können wieder auftauchen weil solange wir das nichts gesehen haben wir können große fahrt gehen ich mag das ob das potenzial schon beim early access gesehen ja mein bild ist jetzt hier dazwischen aber hier ist einfach nur die anzeige wie schnell man fährt oder nicht fährt ich hoffe ich habe bald ein greenscreen dann kann ich das ein bisschen abweißer ausblenden ob es dann dauert auch noch so genau sehr gut da möchten wir aber auch den diesel kompressor bitte anmachen damit wir wieder druckluft konserven voll kriegen das darf man nicht vergessen weil wenn man zu oft taucht und auch dann hat man plötzlich kein druckluft mehr dann sieht man auf dann ist man irgendwo auf dem meeresgrund das ist mir im early access passiert kommt nicht mehr hoch hat dann hat man verloren weil ich kommt das ja nicht gerettet gestürzt dann es war vorbei gut wir fahren jetzt zu diesem abfang nicht möglich aber es war trotzdem in dieser richtung wieso pennt der jetzt sind vielen vielen dank für deinen follower schön dass du dabei bist freut mich sehr auf diese koordinaten setzen ich würde da aber gleich noch mal taucht taucht gang machen okay langsame fahrt voraus auch mal 50 meter naja horch raum besetzen aktuelle tiefe fünf meter dann sieht man die reichweite das ist nicht gut anscheinend habe ich verloren schade es scheinen verloren zu haben die tiefe 45 meter was ich gerade auf dieselmotoren wechseln ok schraubengeräusch zwar doch einer wieso ist es euch immer noch nacht sieht ja gar nichts kurs auf diese koordinaten setzen natürlich ja kann tauchen auf 35 meter horch raum besetzen es ist wirklich manchmal entweder findet man sich schnell und es dauert ewig kann ich bin im early access bin ich einmal die ganze auf patrouille gefahren ich habe nicht ein boot gefunden ein schiff gar nix als wäre da gar nichts passiert aber mit der schneller aktuelle tiefe fünf meter auf ehe motoren wechseln 35 meter ok wenn ja wohl was hört oder das kann man auch manuell machen dann kann man sich hier hinsetzen und das auch hört ich hab's auch nicht irgendwie hingekriegt aktuelle tiefe 30 meter hier sieht man mal unter wasser wir stehen auch gerade wir machen keine geräusche 35 meter aber wir hören auch nichts an blasen dann setzen wir die patrouille fort 20 meter normale beleuchtung einschalten jetzt haben wir mal tag sehr schön wir können mal wieder den kompressor mal anschalten wir haben nur ein bisschen schneller äußerst die kraft anecken wir große fahrt sind es lädt der batterie gut ist auch blöd weil man plötzlich keinen strom mehr hat aus der welt kann ja mal gucken wie es im kapitän im boot im ego perspektiven aussieht das kapitän der sitzt da also muss ich vorstellen jemand früher mal so 50 mann drin vielleicht sogar ein paar mehr und wie man sich dann hier bewegt das hier ist jetzt noch sehr eine light version sie haben vor kurzem eingeführt dass man auch hier kann man auch alles jetzt manuell einstellen also man kann alles manuell machen ohne mit voller simulation ohne diese hilfen hier also den will ich sehen das würde ich mir gerne angucken wie das jemand macht das stimmt faszinierend ich bin da nicht so talentiert für dann sieht man im kommandobereich hier hängt bisschen fleisch ist mal lecker hier ist die karte ja das muss man sich auch vorstellen das stieg ja auch richtig nach öl und so weiter das ist so dahinten ist der maschinenraum hier ist dem geht's gut der wichtigste man an bord ohne den würde die mannschaftsarmung laufen hier kommen wir jetzt schon wieder nicht vorbei gerade gut schauen wir mal wie wir jetzt weiter machen wir wollen ja auch was erleben wir haben jetzt ein drittel des markierten befehls hier fertig krieg mit england an alle uhrboote englische schiffe sind ab sofort als feindlich anzusehen alle uhrboote der ersten welle werden angewiesen frachter nach dem die bestimmungen der prisenordnung anzugreifen solange die prisenordnung gilt dürfen frachtschiffe die unter englischer flagge fahren ohne vorwarnung angegriffen werden bestätigt jetzt habe ich jetzt darf ich engländer die englischen schiffe da ich bin aber fair das werde ich zeigen wenn ich wenn es dazu kommt so junger jetzt machen wir noch mal ein jahr halbe fahrt und noch mal ein 35 meter horchraum besetzen aktuelle tiefe 5 motoren wechseln 35 meter schade sticks anblasen 15 meter auf dieselmotoren wechseln herr kaloy wir sind aufgetaucht natürlich herr kaloy eine nachricht vom oberkommando frankreich befindet sich im krieg nur defensive aktion und räder bestätigt dass alle britischen schiffe ziele sind ok frankreich befindet sich seit heute 1700 gegen uns im krieg gesagt es waren mehr als 50 meistens also ich war jetzt hier bremer hafen gibt es ein u-boot das wir besichtigen kann das ist ungefähr die größe das was ich hier hat steuer und das war mindest besatzung 50 mann und ich bin da mit drei leuten durchgegangen und das war schon zu eng also ehrlich das ich weiß nicht wie die das ausgehalten darf also wir sind und befinden sich im krieg defensive aktion gegen französische kriegswicht und frachter sind erlaubt u-boote dürfen keine schiffe unter französischer flagge aufbringen oder angreifen selbst verteidigung ist erlaubt ok aber die briten die darf man sofort angreifen ja hier muss aber was passieren nach es gibt auch abwechslungsreiche mission das ist jetzt so eine erste es kann sein dass wir da jetzt nichts allgemeines finden aber es gibt noch so andere missionen darauf freue ich mich an er speichert heißt das passiert wird mein standard speichern tauchen auf 50 meter brauchen wir auf 50 meter aktuelle tiefe fünf meter motoren wechseln 50 meter ich habe nichts mehr näher zu sein torpedorohr 2 gewartet anblasen 30 meter auf dieselmotoren wechseln wir sind aufgetaucht sehr gut es können auch bestimmte ereignisse passieren dass wir auch neu reingekommen waren das auch so weil das standard sachen irgendwas passiert aber wer weiß was der befehle neue befehle u6 u46 wird vermisst zu seine voraussichtliche position zum zeitpunkt des kommunikationsabbruches an 27 9 erreichen sie die koordinate und untersuchen sie den vorfall vor vor dem 8 september 19 39 7 156 der letzte kontakt wurde auf der karte verzeichnet bestätigen gut wir haben jetzt einen neuen auftrag bekommen an neben das heißt ja das heißt wir suchen jetzt ein anderes u-boot junge warum bist du dich bei der arbeit kommt diesel besetzen weil ich will da jetzt ein bisschen schneller fahren ich könnte etwas hilfe gebrauchen ich benötige etwas unterstützung ich benötige etwas unterstützung so dann kann man nämlich ein bisschen schneller fahren weil wir sollen das ja schnell erledigen obwohl drei tage ist zeit genug das mit einer nacht ist mal bitte schlafen endlich ein paar stunden pause weil in der nacht werden wir den sowieso nicht sehen wenn wir den sowieso nicht mehr woher nach dem die die musik ist ja auch so fahren in die mitte und von da aus kann man dann haben ich kümmere mich darum halbe fahrt voraus 35 Meter so wir machen mal einen Horschgang hören wir dann was aktuelle tiefe 5 Meter auf E-Motoren wechseln Schraubengeräusch Peilung 210 Grad 35 Meter Schraubengeräusch okay Anblasen 15 Meter auf Dieselmotoren wechsel wir sind aufgetaucht führt uns aber raus aus dem mit das ist nachts nervig weil es dann sieht man ja gar nix Tauchen auf 35 Meter Horchraum besetzen auf E-Motoren wechseln ich weiß nicht ist das weiter oder ne Entfernung in der 20 bis 30 Kilometer Geschwindigkeit mittlere Fahrt mit äußerste Kraft voraus anblasen aktuelle tiefe 35 Meter 15 Meter 15 Meter auf Dieselmotoren wechseln auf E-Motoren wechseln tauchen auf 35 Meter wir wissen wo der ist wenn er sich zu stark entfernt fahr ich zurück weil das ist ähm wichtiger auftrag auf E-Motoren wechseln Handelsschiff 300 Grad 25 Meter was er hat was gefunden Handelsschiff 300 Grad Sichtkontakt okay ah Kurs setzen 35 Meter erstmal auftauchen es ist sowieso Nacht 15 Meter auf Dieselmotoren wechseln so es ist Nacht das ist wir sind aufgetaucht ja mir ist klar dass wir aufgetaucht sind Rotlicht einschalten Rotlicht einschalten schicken schon mal den Bericht ab der Käpt'n soll bitte auf das Licht gehen ich sehe nirgendwo also Schornsteinrauch sehen wir noch gar nicht AK voraus was ist der Pfad mhm da ist er Kurs setzen Alarm auf Gefechtsstation auf Gefechtsstation Anlauf beginnt auf Seerohrtiefe auf Seerohrtiefe genau wir haben Torchraum besetzen ich benötige hier etwas Unterstützung wir haben hier ein Schiff Kurs setzen wir gucken uns das gleich an wenn wir das sehen können wir kurz die Kamera auch auf die auf das Ziel machen wir sind auf Seerohrtiefe wir sind auf Seerohrtiefe Bootführend Umblick eingesteuert auf E-Motoren wechsel empfangen nicht möglich wenn man da nichts sieht da ist er da ist er selbst erst mal ok auf Ey dieser wellen gang ist ja heftig ist der der vorteil ist es nachts ist es natürlich und sie tut es halt nicht das kann nicht sein aber noch mal ist er das da ist das deutsche schiff es geht wieso fährt ihr deutsches schiff das kann ich das ist norwegen darf ich nicht norwegen norwegen haben wir keinen krieg ok alarm wenn norwegen haben wir keinen streit und natürlich wieder auftauchen schade ich dachte wir könnten da was machen norwegen haben wir keinen streit kein krieg das würde auch kein problem mit qualität 20 prozent lang unter wasser ja ouch große fahrt voraus auch diese motoren wechseln ich will es ja mal zeigen ja das wäre das schiff also im kommandantenmodus hat man wirklich all diese geräusche das hört sich sehr sehr faszinierend an aber wir könnten was anderes machen natürlich wir könnten dem fragen weil das recht das überprüfen haben wir vielleicht ist es ja auch ein schiff das unter falscher flagge fährt das könnte auch sein auf diese koordinaten setzen die ms right ok spiele waren nicht deins dann machen wir das mal zu deinen das hier ist mein zweiter offizier das ist jetzt der place jetzt bist du mein zweiter offizier oder erster offizier wenn man das so sehen will die schickt dich jetzt auch gleich aufs schiff da vorne ist es wir machen uns mal bemerkbar das ur-boot ist die bruttergang gewalt hey so pessimistisch es ist aber doch die erste patrouillen mission und ich bin jetzt mal eine stunde dran die bewegung ist zu schnell gut ich mache das wahl also kann ich jetzt kleine fahrt voraus naja hier ist die polizei so dieser fach das unbewaffene scheint nicht eskortiert zu sein und fährt unter neutraler flagge die briesenordnung erlaubt es uns ein schiff zu versenken wenn sie sicher sind dass es einen feindlichen hafen ansteuert wenn sie sie nicht sicher sind sollten sie möglichst feststellen was das schiff transportiert unser ziel durch eine inspektion überprüfen wenn sie doch einen begründeten verdacht haben und sicher sind dass das schiff einen feindlichen hafen ansteuert können sie dem schiff umgehend mitteilen sie dass sie es versenken wollen und den angriff fortsetzen senden sie ein prisenkommando ja da schicke ich mal den blaze hin na der kriegt natürlich zwei matrosen dazu ich gebe ihm eine sprengladung mit aber ihr könnt noch ich kann auch den radon mal mitnehmen vielleicht können sie ja französisch naja ist ein nordbega ne da komm ich schicke ihn auch mal mit einfach so weil er kann reden so fortsetzen so jetzt schicke stehender zu dem schiff kontrollieren mal ob die koscher sind der captain des brachers hilft ihrer mannschaft an deck zu kommen und begrüßt jedes mitglied ihrer direktion mit einem willkommen anschließend stellt er sich als ernest jates vor erkennt nur die grundzüge der deutschen sprache zum glück sprich offizier konrad otto fließend englisch und so dass es keine sprachbarriere gibt nach dem austausch von höflichkeiten lädt er sie in seine kabine ein damit sie sich in ruhe unterhalten können und es ihnen eventuell benötigte unterlagen zeigen können aber so nicht der captain führt sie in eine kabine und bietet ihnen an sich bequem zu machen schämen an sie wollen den blick auf unsere frachtpapier werfen bestätigen sie fordern die frachtdokumente des captains an in denen die ladungen seines schiffes und seiner bestimmungsort aufgeführt sind ein unruhiges gefühl macht sich in seinem gesicht breit und er legt die papiere auf einem mit leichtem zögern vor während sie den inhalt sorgfältig prüfen krampfen sich seine hände zusammen und lösen sich wieder und eine schweißkerle bildet sich auf seiner stirbt mit dokumenten zufolge ist das schiff auf dem weg nach einem hafen von london und hat rohstoffe an bord das bedeutet kriegsmaterial es scheint dass dieses schiff mit blockierten alliierten häfen handel treibt und sie folglich berechtigt sind es zu versenken was soll man als nächstes tun durchsuchen sie den frachtraum der captain nick überstellt dass sie die fracht besichtigen können falls es nötig sein sollte er hält sie ein ihm zu folgen nach einem kurzen fußmarsch sind sie im frachtraum des schiffes es dauert jetzt ein bisschen aber ich hätte die möglichkeit jetzt eben darfst so stopp fahren jetzt nicht weiter oder mein oder das lang machen die da einer verzieher aus europa saß ich fragte unbegleitet von rätsel matrosen der deutsch spricht er hat erfahrungspunkte bekommen habe ich gesehen ich hätte auch so nehmen können aber hier drauf klicken dann sehe ich das aber jetzt fehlt wirklich die anzeige wenn ich da die schnell das machen ja anscheinend kann man das auch hier naja egal was sie durchsuchen betrifft so wurde nichts verdächtiges gefunden naja so sie haben nachgewiesen dass dieser frachter entfalt durch kriegsaktivitäten verwickelt ist wir können ihn versenken ohne einen internationalen zwischenfall zu riskieren ich befehle die evakuierung sie teilen den captain mit dass ihre befehle sie dazu verpflichten diesen verbrachter zu versenken der captain ist nicht glücklich über dieses vorhaben akzeptiert aber offensichtlich dass er nichts tun kann um es zu verhindern es gibt ihn er gibt ihnen keine antwort sondern beginnt stattdessen seine mannschaft zusammenzurufen um die evakuierung des frachters zu organisieren so ich gehe jetzt in maschinenraum und platziere eine sprengladung sie die jetzt ja ist gesund gut ich gucke mir aber die rettungsboote an das sind nur noch mannschaftsleute erst mal rettungsboote 1 überprüfen es ist wieder die neun leute so ich habe das schiff versenkt ich gebe ihnen vorräte hier dosen so ansitzpunkte plus fünf getrocknete kartoffeln bergen cool so kann man auch ein schiff versenkt ohne ein torpedo zu lösen verschießen ja alles was haltbar ist na essen ist sehr wichtig hier vielseitiger das essen brauchen die jetzt so lange um vier kartoffeln dahin zu stecken wir haben natürlich noch rettungsboot 2 ich nehme den gefangenen musste der captain ist abgehauen der ist schon auf meinem schiff den habe ich schon gefangen genommen dann nehme ich aber noch den anderen offizier offiziere mitzunehmen ist immer sehr gut ich gebe denen natürlich auch noch vorräte ich gebe denen auch hier die dosenbrot das war nicht das beste aber ich bin ja kein unmensch so haben wir denn wir haben ja hier noch käse den anderen schrock brauche ich nicht ein käse wir haben hier einen käse na gut gut können wir scheinwerfer mal wieder ausschalten und den dieselkompressor mal anmachen gut dann haben wir das erledigt da war doch klug noch mal nach zu gucken na ob der da ob der legal da ist na fahren wir noch mal hierhin und dann müsste ja doch das u-boot finden und unser funker minus der kammer pennen gehen so lange ich habe mich ein paar stunden pausen so warte mal das speicher ich brauche ich ja so äh jetzt auf fahrt da habe ich ja doch noch meine äh noch ein paar tonnagen erlegt aber ich war diplomatisch das ist doch mal was hier ballert man nicht einfach rum als gäbe es keinen morgen mehr jedenfalls doch nicht so wir müssen jetzt hier noch das vermisste boot finden das wird ja wohl nicht so schwer sein kurs auf diese koordinaten setzen kurs setzen kurs setzen auf e-motoren wechseln 35 meter schaubengeräusche peilung 340 grad das ist 80 kilometer und mehr weg das ist jetzt so weit weg also 80 kilometer das ist ja hier schon am rand bis ich da bin ist das erstes längst weg und seit dann hat dieses schiff glück gehabt ich hab ja auch noch hat mein mission ja es ist blöd dass es immer noch nacht ist das ist so sieht man gar nichts 20 meter 5 meter auf dieselmotoren wechseln wir sind aufgetaucht die sonne scheint aber aufzugehen das ist gut das bestehen also als früher silent hunter habe ich eigentlich nicht gespielt ich habe es einmal gespielt habe es nicht verstanden aber mit u-book kommt man recht klar finde ich toll war gar nichts die sicht okay die sicht hat sich erweitert maximale sicht wenn er jetzt hier der ecke ist oder so das das der unterschied zu tag und nacht normale beleuchtung einschalten ja ich habe das um von weitergefunden da ist es auf diese koordinaten setzen sehr gut 6 kilometer das hier ist auf jeden fall für die maximale realisation man kann ja alles komplett per hand machen keine ahnung wie das funktioniert so froh dass ich das doch so auf mittel habe aber eigentlich wasser bei uns drin ich habe jetzt schon einiges wir haben kein wasser gut dann fahren wir noch mal ein bisschen schneller okay wir fahren darauf zu da vorne ist aber der grund warum der ja vermisst ist es wird ja wohl den grund geben ich war mal sorgen dass hier irgendwas in der nähe ist auf dem flugzeug da müsste es auch irgendwo ein schiff geben zerstörer oder ein anderes robot obwohl ich glaube die uhrbote tauchen da noch nicht so auf das ist zum beispiel sehr wichtig das habe ich mal gesehen um diese ziel lösungen manuell zu berechnen also ich sehe sonst nicht das hier ist es ist so ist kriegsmäulen hier wir sehen wir auch so violetten ist es auch das zu identifizieren und dann fahren wir noch mal ein bisschen schneller alle maschinen stop okay das ist das boot da sind wir schönes geschehen machen aber noch mal hinschicken u46 treibt schabber verlassen auf dem wasser aber äußerliche betrachtung gibt es keine zweifel das boot hat groß schaden erlitten die frage ist was ist der besatzung passiert und warum sie das boot diesen zustand verlassen hat sind sie ein truppe naja der blaze kann er noch mal zwei matrosen ich habe keine waffen mehr ich habe nichts ich habe waffen mitnehmen sollen das wäre vielleicht klug gewesen wenigstens ein gewehr mal mitzunehmen da blaze schafft das schon den schicken wir jetzt dahin ihre vermisste mannschaft hat 46 vorsichtig geändert ihre mannschaft ich habe ich vermisste gesagt und berichtet dass sie keine geräusche aus dem innere des boots hören können was wollen sie tun ja untersuchen sie es naja hier ist mein fortschritt toll an sich verlassen so fortschritt sehe ich jetzt hier da hat sich passiert aber mit schneller ich glaube wenn ich die skille irgendwie wird das auch noch mal schneller gehen neuer befehl versenkten sie das uber ok offizier blaze ging zum kommandoturm und öffnete vorsichtig geschlossene luke er lief sofort wieder zurück zum gelände des turms und kämpfte offensichtlich gegen einen brechreiz an er meldet dass es inneren die leichen von seeleuten gesehen hätte denen es getrocknetes blut aus den augen und lippen klebte blaze war sicher dass das boot auf eine mine gelaufen war woraufhin die batterien überflutet wurden und chlorgas freisetzte darin sei die gesamte besatzung gestorben ok ich habe jetzt keine springladung mehr und ich habe keinen damit der diese fähigkeit hat dann zurück zum boot also jetzt habe ich den es gibt es noch eine andere möglichkeit die mache ich jetzt der wird jetzt die post verlassen er ist der kommandant er wird das tun ne ist chlorgas ist nicht sehr schön das stimmt das ist eine sehr sehr eklige art zu sterben bestätigen so ich will kein torpedo darauf verschwenden die dinger zu teuer ich muss nur gut treffer ja ich habe ihn gut getroffen und natürlich steht man dann an deck macht so und ehrt die toten jeder der auf dem meer stirbt ja ich muss jetzt warten bis das ziel komplett gesunken ist sonst kann ich den bericht die absetzen alles ist doch aufregend na wo so zweiter ich habe bis jetzt noch kein torpedo abgefeuert aber zwei aktionen gemacht hier na könnte schon mal den kurs wieder können ja noch mal ein bisschen patrouillieren ich hatte ja hier oben was gehört sehen also können wir mal kurz noch mal da hochfahren also ich bin seit drei tagen 16 stunden auf see braucht aber lang bis es komplett gesunken ist wenn ich das hier lese aber ich muss ja die patrouille noch beenden sie ist eigentlich aus 84 prozent genauigkeit des navig der navigation man kann sich auch verirren man kann dann sagen wo bitte ich hier da muss man auch aufpassen gut muss ich das jetzt noch bestätigen doch mal ich muss doch mal zurück das stadt das ziel singt ich bin Alle Maschinen stopp Ändert sich nichts, komm, dann fahren wir trotzdem weiter Ja, jetzt ist es weg Da war einfach nur zu lang die Anzeige So, hier steigt zum Beispiel die Navigation wieder Das sieht man bei mir nicht, weil das hinter meinem Webcam ist Ähm, da muss ich aber auch drauf achten, wenn das auf Null sinkt Äh, kann ich mich nicht mehr bewegen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich bin Komm, wir machen noch einmal einen Aufgang zum Hören Ne, war nix Oh, ich habe Frachter im Planquadrat A-N-28 Macht so gut über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert Geschwindigkeit langsam kann nicht abgefangen werden Okay Kann ich das abfangen? Schnelle Fahrt, kommt näher Es kommt auf mich zu Ähm, dann legt der sich bitte nochmal hin Ähm, Blaze kann mal kurz, äh Nicht zur Wache Hier oben reingucken Navigationsgrade auf 100% Abfangkurs geht hier hin, gut zu wissen Eine weitere erfolgreiche Unternehmung Gute Arbeit Männer Das kann man abnehmen Ja, ich könnte jetzt zurück Na, aber Am Matten, da war doch ein Schiff jetzt Ich guck noch, ob ich das Schiff kriege Und sonst fahr ich zurück Funktelegramm gesendet Kurs setzen Tauchen auf 50 Meter Horschraum besetzen Standseerohr besetzen Standseerohr besetzen Auf E-Motorenwechsel Schade Ich fahr jetzt noch Ich muss sowieso nach unten Hier in die Richtung Das kann man abkürzen, wenn ich hier drauf klicke Aber ich war ja irgendwo noch in der Nähe ein Schiff Ich brauch noch bis hier hin, sonst fahr ich zurück Schade Endlich ein paar Stunden Pause Äh, Blaze braucht Pause Und so besser ist der Mann, 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 ich wollte mich auf den klicken Ich wollte, dass er da hoch geht Bestellte 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 Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen Aber die beiden Missionen geschafft Das wäre jetzt nur eine Kirche gewesen Ja, ungefähr eine halbe Stunde habe ich die erste Mission geschafft Donnerstag, 7. September 1939, Hafen von Wilhelmshaven Und da fahren wir in unsere Hafen ein Jetzt kommt nämlich die Missionsbewertung Okay, er hält eine Auszeichnung Eisernes Kreuz, zweiter Klasse Die deutsche Nationalhymne Ja, es sah nicht so aus Es sah etwas anders aus Aber sagen wir mal so Dann würde Twitch wieder nerven Eisernes Kreuz Eisernes Kreuz Erster Klasse Da hätte mir jetzt noch eine Versenkung gefehlt Teil der Kampagne ist fortgeschritten Ich habe 5.690 Turnage versägt Das ist eigentlich wenig, finde ich Ich habe auch wirklich schon dieses eine Schiff Und das war eher neutral, ey Die Engländer haben sich nicht gezeigt Zusätzlich Belohnung Ja, ihre erste Unternehmung wurde in einer entscheidenden Phase der Geschichte durchgeführt Deutschland befindet sich mit den westeuropäischen Mächten im Krieg Der Erfolg unserer Kriegsanstrengung hängt auch von den mutigen Operationen der U-Boot-Kommandaten wie Ihnen ab Machen Sie in dieser entscheidenden Zeit den Unterschied Herr Kommandant, alles Gute Hier wird nochmal gezeigt, wo ich die MS Riegel Wahrscheinlich aber Riegel Die hatte ich Kuladabort Genau, ich habe Krieg 4000 Frachter Es war keine internationale Verwicklung Es war alles okay Es wäre eine internationale Verwicklung Hätte ich ihn einfach abgeschossen Na, Beweise brauchte ich vorher Genau Irgendwann muss man den auch Landurlaub gewähren Aber jetzt nach einer Woche ungefähr ist das noch nicht mehr nötig Gut, ich habe doch Leute an Bord mitgenommen Na, ich hatte da hinten der Rekrutierungsoffizier Und die würden Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Nein, ich möchte die Gefangene übergeben Hier den Christopher Alice Der Krieg plus 3 Der Käpt'n ist verschwunden, ehrlich Habe ich nämlich jetzt auch nochmal wieder ein paar Punkte gekriegt Na, vor Forschung läuft noch Das ist schön, dass es gewartet wurde Dann können wir mal hier mit den Offizierinnen Offizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Die Fahnen sind auch nicht korrekt Wenn man jetzt so geschichtlich geht Aber, naja Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU Streng geheim Die Schlacht am Atlantik hat begonnen Und unsere U-Boote werden eine entscheidende Rolle im Kriegseinsatz haben Unsere U-Boote operieren in der Nähe der britischen Inseln Legen Minenfelder an ihren Küsten Und patrouillieren in der Nähe ihrer Schifffahrtsrouten Unser Einsatz ist klar Den Tonnagekrieg gewinnen, indem wir die britischen Schifffahrtswege blockieren Das britische Empire ist mächtig Aber diese Macht hängt stark vom Seehandel ab Die Briten behaupten, dass sie eine neue Wunderwaffe namens ASTIC haben Die unsere U-Boote überflüssig macht Aber wir arbeiten an Gegenmaßnahmen, um dem zu begegnen Unsere U-Boote werden nachts an der Oberfläche operieren Und wenn möglich Wolfsrudel-Taktiken anwenden Wir hoffen, Frankreich aus dem Konflikt heraushalten zu können Daher sollten französische Schiffe nur im Selbstverteidigungsfall versenkt werden Dies wird keine leichte Schlacht Aber wir werden nicht wanken Wir werden die Schlacht im Atlantik gewinnen Ja, bei den Farben hätte Twitch auch Ärger gemacht Aber vielleicht auch sogar die US-K Wir könnten Minen legen Ich habe ein Problem mit Beat Link Weil ich das im Early Access schon oft gemacht habe Und sagen wir mal so Die funktioniert bei mir Aber wir könnten es mal versuchen Wo wäre das denn? Das wäre hier Okay Minen legen im Ärmel Bei Minen legen Ich werde das mal nehmen Und Platz für sieben Minen Ach komm Das heißt ich muss umräumen Was benötigen Sie Herr Offizier? Was ich benötige Ich brauche Lagerraum Sehen Sie sich die Lagerbestände an? So, wir gucken erstmal so Weil, äh, ich muss Toppedos loswerden Das sind nämlich Minen Die nehmen die Nehmen den Platz Der, ähm Toppedos ein So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Äh, das ist Ist das jetzt sieben? Und ich hab's Ah! Der Heck ist auch einer Daumen Ähm Ich bräuchte aber glaube ich Oh Brot Ja Nehmen wir Brot mit Ähm Haben wir vielleicht Kraftstoff Auf tanken Das war nicht viel Ich hab irgendwie sehr wenig Also im Early Access hat man wirklich Sofort fast die Hälfte weg gehabt Also ich glaub das haben sie irgendwie geändert Ähm Gegenstände dann genau wir haben hier wieder Dynamien nehmen wir mal dynamik wieder mit Wer weiß wozu wir dynamik brauchen das hat man ja eben schon Waffe kostet 5000 und ein taucher 9000 das ist doch nicht zu fassen Hauptsache wir haben Kaffee Die zwei die ich verschossen habe können wir nachladen Ansonsten Ah Gut Das heißt sie müssen jetzt nachrüsten das wird jetzt dauern darum ist man jetzt schon Dienst befreit Für einen tag das überspringen wir mal So jetzt haben wir dann müssten wir nämlich die torpedos da drin haben Sieht man das vielleicht Das ist wenn sie die schlafen hier Na und darunter liegen die torpedos Ja Wahnsinn Wollt man schon immer drauf schlafen Ich denke in den heutigen atomwut schlafen die nicht unter den atom Über den atomraketen so oder das wäre glaube ich ein bisschen seltsam Die haben auch mehr Platz Ähm Gut ja dann hätten wir ja eigentlich erreichen sie das einsatz Mein problem ist ich will nicht zu nah an der küste weil dann sind wir da zu viele leute das heißt ich möchte Hier hin Hier hin Hier hin Weil wir je näher ich an der küste so weniger kann ich tief tauchen na und ich muss ja da irgendwie tauchend hin das wird die größte herausforderung Ich muss jetzt auch kämpfe im grunde vermeiden sonst jagen die mich und da habe ich ein problem So ich sollte das auch mal speichern Das bestätigen wir mal Gut sind denn alle ausgeruht mögen sich alle ja gut dann können wir nämlich los Dann fahren wir los Stimmt ich hatte eigentlich sogar einen ansitzpunkt verdammt Damit kann man nämlich noch so auf privilegien freischalten Aber ich brauche jetzt kein privileg Das kann jetzt in die hose gehen diese mission weil ich bin kein freund von dieser mission das spiel erklärt nämlich auch nicht wie es wirklich funktioniert aber das muss man selbst rausfinden wie das termin legen funktioniert es gibt hier irgendwie kein tutorial dafür es gibt auch später zur spionage mission da musst du also nach new york fahren und sollen im hafen mag bisher und getaucht bleiben cool so hier muss ich aufpassen halbe fahrt voraus in england immer so wird es nur so dichter nebel wenn es regnet dann nicht so alles noch gut sind zwar in mehr enge jahr aber das wäre heftig so nach london fahren so ich bin in der britischen küste am 9 september 1939 daran erinnert mich steht in den geschichtsbüchern der soli war da das macht mich nervös hier so ich will nicht zu nah ran so dass speicher ich hier kann nämlich alles passieren das ist nur ein stelle ist eine der stelle mission tauchen auf zehn meter porch raum besetzen aktuelle tiefe 5 motoren wechseln schrauben 225 grad und die sind sogar der nah kommt näher auch du scheiße zehn meter tauchen auf 30 meter 25 Meter 30 Meter. Schraubengeräusche. Kleine Gruppe. Peilung. 25 Grad. Gewartet. Kleine Gruppe. Entfernt sich. Der hier nervt mich aber. Der ist nämlich nur in 10 Kilometer Reichweite. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja. Wow. Wir sehen alles unter Wasser. Gut. Torpedo-Rohr 2. Gewartet. Torpedo-Rohr 3. Gewartet. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich will die Reichweite erhöhen. Torpedo-Rohr 4. Gewartet. Wieso ist der immer noch... Ne, ne. Wieso kommt der immer noch näher? Junge. Ich kann hier ununterbrochen... Was ist das denn? Tauchen auf 50 Meter. Wie tief ist es eigentlich bei mir? Kann ich das irgendwie machen, dass ich weiß, wie tief es bei mir ist? Aktuelle Tiefe. 35 Meter. Ich stehe nur bis 50 Meter, oder? Ist nicht gut. Schraubengeräusche. Kleine Gruppe. Peilung. 40 Grad. Können die nur ihre Küsten, äh... Beobachtung halten? Schraubengeräusche. Kleine Gruppe. Peilung. 145 Grad. Fernseher interessiert mich nicht. Auf Seerohr-Tiefe. 25 Meter. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohr-Tiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Torchraum besetzen. Schraubengeräusch. Peilung. 235 Grad. 235 Grad. Könnte mir ein bisschen sagen, warum der hier... Bestätige. Es ist Nacht. Es ist sehr gut. Schraubengeräusche. Kleine Gruppe. Peilung. 40 Grad. Da ist niemand. Auf Rotlicht wechseln. Es regnet und es ist dunkel. Es könnte uns sogar helfen. Ah, Rotlicht ist an. Äh, sieht man schon viel besser. Ich sehe niemanden in der Nähe. Das ist gut, wenn man niemanden sieht. Auftauchen. Aktuelle Tiefe. 5 Meter. Ich muss die Zeit unter Wasser so kurz halten, wie es geht. Also ich... Wieso habe ich die Flagge nicht eingebaut? Ich würde ganz lustig. Hehehehe. Theoretisch wäre die nicht da. Es sieht cool aus, wenn das Schiff, äh... gerade hochkommt. Auf Dieselmotoren wechseln. Wir sind aufgetaucht. Gut. Äh... Dieselkompressor sofort anmachen. Also der sollte hier irgendwo sein, ne? Also... Wo war der Befehl? Okay. 235. Äh... 235. Äh... 235. Äh... Äh... Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung. 204. Alarm. Auf Trexstation. Als eingespielte Mannschaft werden wir den beiden zeigen, wo es nur in der Lage ist. Auf Seerohrtiefe. Da war doch was. Da war doch was. Da war doch was. Ich habe es nicht gesehen. Ich werde es aber jetzt nicht funken. Die könnten das abfangen, dann wissen die, wo ich bin. Da unten ist er. Okay. Der fährt im Grunde diese Richtung. Herr Kalloyn, wir sind auf Seerohrtiefe. Bootführer und Umblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Forchraum besetzen. Ah, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's knüppelig. Das ist, wenn man sich so in den Vorgarten vor die man einschleicht, ne? Das ist... Dann wird man möglicherweise erwicht... Okay, wie ist meine Geschwindigkeit? Schraubengeräusche. Kleine Gruppe. Peilung erledigt. 45 Grad. Die ist 80 km. Die müssen hier am Hafen sein irgendwo. Entfernt sich auch. Die fahren wahrscheinlich zum Hafen. Das könnte wohl sein. Ein Kriegsschiff macht mir mehr Sorgen. Der entfernt sich auch. Das heißt, der hier macht mir am meisten Sorgen. Kleine Gruppe. Peilung. 40 Grad. Hier sind ganz, ganz viele Schiffe. Wir haben keinen Grund nach mir zu sehen. Ich seh sie aber auch hier jetzt nicht. Ich seh sie aber auch hier jetzt nicht. Aber man muss sich jetzt vorstellen, wenn man den Kommandantenmodus spielt, ist man ja nur in dem Schiff, ne? Du hörst die Befehle, also du hörst die Meldungen von denen, ne? Man muss da reagieren. Du kannst zwar auf die Karte schauen, aber es ist schon ein bisschen... Es ist einiges schwieriger. Aber hier ist nichts. Ich seh ja nicht mal was. Ich konnte den nur sehen, weil ich an Deck war. Hier seh ich den gar nicht. Der empfängt den auch gar nicht. Das wundert mich. Also der hört den nicht mehr. Jetzt hat er ihn gehört. 239, mittlere Fahrt. Das bedeutet aber auch, dass er mich nicht entdeckt hat. Das ist das. Alarm beenden. Das ist das. Die, die... Das spielt ja Krachen. Ja, jetzt geht. Hey, Alarm beenden. Blaze spielt Karten. Also... What? Ja, Karten spielen. und kreisen die geier hier spiel es bringt wird das ich habe sogar moral hochfall place gar karten spielt also ich kann also mein sauerstoff ist in sechs stunden verbraucht ich kann den luft rein anstellen aber das würde ein bisschen das wäre sehr laut der hier scheint den weg zu fahren so wirklich fast parallel zu mir nur weiter runter es ist er entfernt sich von mir die fahren richtig parallel zum jahr wieder weg ich brauche es ist wenn jemand abgebrüht ist in so einer angespart zu spielen muss was können ja der kann auf jeden fall was der wird auch nachher befördert nach dieser mission wenn er das überlebt genau ich muss diese kompresser aktivieren dieselmotoren wechseln unser vorteil jetzt jetzt ist die nacht ein vorteil weil die sehen uns auch nicht sofort wer ist nicht klug wenn wir hier so eine geheimen mission haben städtige vielleicht mal die die flagge mal einzuholen wäre nie die städtige dann schießt sie vielleicht nicht sofort also der fährt so parallel zu sagen es ist ganz sehr neblig ist dunkel jetzt zieht sich das mal okay wie sieht es aus sauerstoff der müssen er ist wieder auf 100 prozent das ist sehr gut die moral mannschaftsbelastung sehr hoch die vielfältige gerichte plus die grundlage das kartenspiel gut vor der fahrt eines unserer uhrboote hat soeben ein mögliches ziel innerhalb unserer reichweite gemeldet innerhalb unserer reichweite ja natürlich das ist schön für das uhrboot ich habe gerade was anderes zu tun ich fahrt jetzt nicht zurück ich muss dahin und ein paar minen liegen ich kann mir nicht vorstellen dass die engländer begeistert sind wenn ich da minen lege so ich will von hier rein ich will nicht so schreck ich will von hier irgendwie rein dann so da rein das hier wird zwar kürzer aber das risiko wird erhöht war hier wahrscheinlich irgendwelche patrouillenboote sind oder sowas es ist doch nacht ich bin begeistert haben nach drei uhr in der früh hier kann ich passiert was im hintergrund wird gerade etwas geladen das heißt ich habe irgendein bereich wir haben drei uhr 50 feindliche kriegsschiffe in sicht peilung 255 grad was ach du scheiße ok 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 sofort tauchen sofort tauchen die sind aber richtig nah ach du scheiße ich könnte natürlich versenken das problem ist das sollte ich nicht ich muss das muss die minen ja geheim halten die haben mich doch nicht entdeckt ich habe jetzt alarmtauchen gemacht naja und blaulicht blaulicht bedeutet dass die leiser sind das stimmt aber ich kann sie nicht schneller versenken als dass sie ein funksignal abgeben oder ok das ändert das aber auch dass ich da direkt hier steuer ja scheiße das hat mich gesehen kommt näher verdammt die wissen wo ich bin halbe fahrt ich muss die geräusche nach weg machen wie weit ist das das sind nicht mal zwei kilometer verdammt kommt näher hey die wissen dass ich da bin meine maximale tiefe sind nur 40 meter und dem ich verarschen scheiße schraubengeräusche keine peilung keine unterbiet oder wie er verartet jawohl herr kaloyen sie haben uns eingepickt schraubengeräusche peilung 3 gleichfahrt ruhe im boot schraubengeräusche peilung das problem ist je näher ich jetzt hier hin fahre umso weniger tief kann ich tauchen aber ich kann schrauben ich benötige hier etwas unterstützung ich benötige hier etwas unterstützung ich könnte etwas helfer gebrauchen schraubengeräusche alles gerade ein bisschen angespannt glaube ich schrauben alle maschinen stopp ich muss ich muss mich also ich muss mich tot geben schrauben wie kann es sein dass der ja da ist er das ist dieser eine also ich bin jetzt absolut still mit dem schiff dass sie vielleicht über mich drüber fahren wir haben zwar ein ping bekommen das ist jetzt dieses ping was man so spät aus dem boot film kennt oder so das ist noch so ein vorgänger davon es funktioniert glaube ich noch ein bisschen anders schraubengeräusche kleine gruppe heilung 265 grad ganz genau zuhört hört man die schraubengeräusche jetzt das macht nervös leider sieht man da jetzt nicht so viel aber bananen ich muss euch mal vorstellen wie hoch der druck für diese leute war wenn das so eine situation war schraubengeräusche heilung 205 grad entfernt sich näher und näher ich glaube der eine ist über uns jetzt drüber gefahren sind der jetzt 80 kilometer entfernen ihre fahrt kommt näher kurs setzen kleine fahrt voraus ist der der über uns gefahren ist kann ich sagen dass der ist jetzt auch einfach stehen geblieben mit 6 kmh darauf wahnsinn ich laufe schnell als ich schrauben hört man noch da ist er er ist an uns vorbeigefahren sehr gut er ist hier irgendwie so vorbeigefahren ja das ist tote winkel also auf jeden fall hinter einem wo unsere schrauben sind da sind auf jeden fall der tote winkel hallo gemnos es ist mir trotzdem alles zu blau hier ich muss noch was trinken ich bin nervös ich spiele normalerweise etwas anderes der spiele ah minus hat ein level ab aber wir schon dabei sind sanitäter erfahrungen funkgeräte offizierten längere erfahrungen umgang mit funkgeräte nachricht über 33 prozent so schneller empfangen als auf senden und verriert die chance dass der feindübertragung tranquilliert leise geräusche von hintergeräusche zu er kann feindlich schiff auf 25 prozent größere entfernung entdecken ja natürlich nehme das das brauchen wir jetzt der hört besser minus du hast jetzt besseres gehör gut mal ein bisschen schneller jetzt kommen wir ja hier nicht voran so auftauchen er entfernt sich entfernt sich sehr schön die entfernen sich alle ich gehe mal ein bisschen auf zero tiefe kann ich ein bisschen besser sehen wieso minus ich will dass du das noch behältst mittlere fahrt aber der entfernt sich also sie hatten zwar einmal kurz angepinkt das ist noch ganz viel also ich muss auf jeden fall mehrmals noch mal auftauchen naja die fahren hier irgendwie lang aber ich muss trotzdem irgendwann mal mindestens hier auftauchen sonst habe ich ein problem ich muss ihnen liegen ich muss hier an diesem punkt minen legen und darum fahre ich hier an den vorbei darum ist kampf jetzt nicht das was man machen sollte okay ich fahr mal so bestätige ich muss unbedingt hier irgendwo mal so vor allem solange es noch dunkel ist ich beende mal den annahmen damit sich ein paar leute ausruhen können ne leider geht das nicht das sind so minen die wirft man einfach ins wasser und die aktivieren sich nach einer zahl so ein paar tage später ah gut meine sicht also der ist auf 265 265 wenn ich ihn sehe sieht er mich ich habe zwar etwas im early access gespielt aber ich habe auch die minengelegen missionen eher vermieden weil ich irgendwie immer probleme hatte die zu machen da ist es die fratelli eine corvette ok ich habe es auch nicht auf 100 prozent realismus das kriege ich nicht hin ok wenn ich den sehe sich der mich auch das ist da ist ich habe mir ganz kurz den kommandanten modus angeschaut ist auch schon interessanter modus aber wenn man die ganze zeit nur im boot ring ohne dass man so außen ansichten hat oder so ist das für den stream glaube ich nicht so interessant er dreht ab er dreht ab ja 3 ab dann kann ich mich hier oben mal kann hier oben auftauchen sehr schön sehr schön dreher ja er hat mich auf jeden fall verloren die entfernen sich ich will noch ein bisschen abstand haben also das spiel vererfordert auch sehr viel geduld finde ich ich weiß nicht ob ich schon riskieren kann das ist noch nicht notwendig an sich er sieht aus wie christbaum spuck hier aber ich finde diese diese visuelle aktion hier auch sehr gut weil ich weiß dass im early access war das noch nicht so oder wurden die irgendwie symbolisiert die schiffe entfernt entfernt sich sehr schön ich weiß ich liebe gewitter jetzt aber hier gibt es leider nicht hier ist es noch zu rückend aber nicht so wie es muss okay vor mir ist keiner das ist schon mal eine gute sache der macht mich immer noch nervös aber jetzt zehn bis zwanzig kilometer entfernt das ist gut auftauchen aktuelle tiefe zehn meter auf dieselmotoren wechseln so place dann wünsche ich eine gute nacht danke dass du zugeschaut hast und vielleicht überlebt place ja hier die mission noch vielen dank ich hoffe ich schaff's und wenn nicht dann ist das auch lehrreich ich werde aber keine funk der die grabe abschicken so wir müssen unbedingt schnell diese koppers mal mal das war was heißt rotlicht lieber rotlicht rotlicht ist besser obwohl es eher nur spielerischen effekt so das ist schon mal besser können die fahrt mal hin ja ich weiß ich habe eine größere sich weil auch der sieht dann ein bisschen weiter ich habe das nur jetzt nur so gemeint dass rotlicht zwar besser für die augen an sich ist auch in wirklichkeit aber bei u-booten damals kein rotlicht oder blaues licht gab es existierte nicht das ist einfach eine spielerische sache die reingemacht wurde das sieht man zwar immer mal in so einem film dass dieses rotes licht aber es gab so ein rotlicht das hat damit nichts zu tun das weil egal welches licht du hattest wenn du die luke auf hast hier hier wie jetzt hier das sieht man meilenweit das ist vor allem rotes licht sieht man sehr weit mach nur mal ein feuerzeug im wald an den mitten in der nacht das ist so kilometer weit ach so das ist aber jetzt komm ich so dass ich so da reinhauen ich fahre erstmal in die richtung so minus werde ich mal ins bett schicken endlich ein paar stunden pause ja du legst dich jetzt mal hin weil du wirst noch genug zu tun haben ich brauche ich nachher auch er hier der weber legt sich auch mal hin die wechseln sich gleich ab torpedorohr 2 gewartet torpedorohr 3 gewartet torpedorohr 4 gewartet wartet der bär der pennt das ist also ich speicher jetzt nochmal na ich habe das jetzt irgendwie überstanden diese kleine sache ich glaube als ich das allererste mal im early access gespielt habe das war vor einem jahr zucker bei meiner ersten fahrt ich habe so unsinn gebaut ich weiß nicht wie ich das gemacht habe ich bin dann auf grund gelaufen irgendwie sind die dann alle dort gestorben ich glaube ich wäre hoch das war so mein erster versuch torpedorohr 5 gewartet ja das war ganz witzig ich habe mal geguckt wie die brauchen zum sterben torpedorohr 3 gewartet mhm torpedorohr 4 gewartet rauch am horizont kleine grunde peilung 335 grad ok auf seerohrtiefe ich mache seerohrtiefe das ist mir sicherer ich will an die vorbei ich weiß nicht was das sind kommen noch näher immer noch nicht unter wasser junge ja wenn ich richtig stehe sehe ich wie die unter wasserbomben angehen ja 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 das will ich nicht sehen die sollen mich gar nicht entdecken ah da vorne sind sie warum oben wie die unter wasserbomben angehen und die die auch Nazis die mission kann ich da ist bei der mission beschreibung stand leicht leichter jetzt habe ich drei kriegsschiffe vor mir sie kommt auch direkt auf mich zu er ist ja wahnsinn gut ja und der ist nicht besonderlich tief finde ich aber wenn man glück hat kann man gerade mal 50 meter dauern aber das ist auch bis jetzt habe ich doch nicht mal 50 meter geschafft wieso ist der an der maschine wieso ist der kommando zu treten du gehst jetzt bitte an ich sehe sonst nix ja also wenn ich hier irgendwann eine mission ab fährt man am besten nicht dadurch das ist einfacher aber da das so mittendrin ist kann die idee nicht drauf aber nicht mehr hier machen wir sorgen wieso entdeckt er die dich ist das wieder so ein toter winkel schnell bin ich eigentlich schraubengeräusche kriegsschiffe kleine gruppe heilung 165 grad schraubengeräusche kriegsschiffe kleine gruppe heilung 165 grad schraubengeräusche kriegsschiffe kleine gruppe heilung 215 also hier im kanal ist ja alles nah schraubengeräusche kriegsschiffe kleine gruppe heilung 345 grad 80 kilometer plus kommt ja ja super ich hätte es überraschend wenn er sagen würde buckelwahl oder so buckelwahl 330 grad kleine dünner sind nie gut kleine fahrt voraus das ist gut das ist gut dass das hier vorbeifährt bleibt schön vorbei immer schön vorbeifahren fern sich ja sie sind mir vorbeigefahren sehr schön also der will immer dass ich stetige diese koordinaten setzen natürlich schraubengeräusche der spielt erzeugt schon sehr viel spannung kommt näher er kann sein dass er vorbeifährt fährt oh es ist gerade sturm das ist gut sehr tief wäre schön da war ich vielleicht ein bisschen sicht 152 es regnet das ist gut wenn es schöner sonnenschein wäre hätte ich problem und es blitzt und donnert das ist auch gut naja blitz ist doch nicht so gut das könnte sie letten verraten mir ist aber wichtig dass wenn ich hier irgendein schiff sehe dann sieht könnte es nicht aus sein aber wichtig naja ich habe jetzt einen rundblick irgendwie kommen mir keine schiffe jedenfalls sehe ich keine das ist ein gutes zeichen alarm beenden geht pennen wer pennen muss gut euch aus das wird noch die blöden es geht ja nicht nur darum die zu legen ich muss da ja auch wieder verschwinden also da geht es ja auch noch drum ich glaube ich bist ja bestimmten bereich entfernt bevor ich da dieses schnellreise ding benutzen kann wo kommt der näher der kommt näher aber das und ihre fahrt machen mal halbe fahrt voraus und mann ich bin jedenfalls im moment froh dass es so diesig und regnet ist also das finde ich gut das ist eher mein vorteil zurzeit blick tut ich auch maglich ein paar stunden pausen ja endlich ein paar stunden pausen wir ihn jetzt noch weg schickt das wertung so 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 Könnte ich es riskieren? Ich glaube, ich könnte es riskieren, oder? Es ist zwar ein Unterseeboot, aber nicht für Dauereinsatz. Okay. Machen wir das. Auftauchen. Ich finde es immer toll, wie das aussieht, wenn der da aufsteigt oder sinkt. Da ist doch keine Seewampftbrücke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Diese Kompressor. D3 habe ich überstanden. Gut. Der ist ausgeruht, der schläft noch. Die müssen sich mal austauschen gleich. So, der hier geht jetzt mal ins Bett, während der hier da oben hingeht. Ich bin zur Wache. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ah. Mann, Mann, ist das Tortur da durchzufahren. Könnte ich das Minen legen nicht hier oben irgendwo sein? Ich glaube, es wäre einfacher gewesen. Torpedo-Rohr 3, gewartet. Torpedo-Rohr 4, gewartet. Dabei, ich spenne der überhaupt. Es steigt ja gar nicht. Ja, diese Mission wurde auch als leicht tituliert. Das stand drauf. Leicht. Leicht für Ex-Marine-Soldaten oder so. Keine Ahnung. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das ist irgendwie komischer Bereich hier. Leicht am Ort, ja. Auf jeden Fall. Torpedo-Rohr 2, gewartet. Der einzige Vorteil, den ich wirklich habe, ist, dass das Wetter, dass es so, äh, die sich ist. So, dass es nicht so weit so neblig ist. Das ist momentan der einzige Vorteil, den ich habe. Ich finde es trotzdem toll, wie es aussieht, ehrlich. Ich glaube, ich werde auch die Supporter DLC holen. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Und es hat auch so, so ja auch noch so einige andere Sachen. Ich war, in Early Access habe ich da so, äh, ein Spion absetzen müssen. Das war auch eine schöne Mission. Und zwar auch so Abwechslung. Was? Ich bin doch kein Freund vom Minen legen, irgendwie. Herr Kalleu, wir sind aufgetaucht. Bist du, hast du geschlafen oder was? Das ist schon vor Stunden passiert. Junge, da waren wir schon aufgetaucht. Standseerrohr besetzen. Okay, irgendwie werden die Leute grad wieder wach. So, speichern. Ja, normal. Ich traue der Ruhe nicht. Wenn ich die Minen lege, kommen plötzlich wahrscheinlich fünf Zerstörer oder sowas angebatschelt. Wollt ihr mich verkack eiern? Alarm auf Gefechtsstation. Auf maximale, sichere Tiefe. Jetzt kommt Flugzeuge. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Standseerrohr besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Sieht nicht so aus, als ob sie mich entdeckt hätten. Ah. Flugzeuge bringen nur Nachteile, finde ich. Auf E-Motoren wechseln. Okay. Kann man nicht direkter da hin? Doch, kann man. Koordinatensätzen. Betrachten Sie es als erledigter K9. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung, 10 Grad. Schön für dich. So. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung, Peilung, 15 Grad. So, willkommen zu so unser Ziel näher. Da mache ich mal auf Schleichfahrt mit alles. Ja, ich sag doch, da kommen dann plötzlich fünf Kriegsschiffe an, wenn ich in der Nähe bin. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung, 150 Grad. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Nee, du nicht. Herr Kapitän. Jetzt kommen wieder ein paar Meldungen. Was? Wieso Alarm? Achso. Wie heißt meine Geschwindigkeit gerade? Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung, 150 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, Peilung, 220 Grad. Ja, ich hab's eingestellt, dass der jemals passiert, wenn sowas kommt. Heilung, 275 Grad. Kriegsschiffe, Peilung, 300 Grad. Kriegsschiffe, Peilung, 300 Grad. Kriegsschiffe, Paarab ich glaube das soll verhindern dass man das über wasser macht die mission durch den regen sieht man auch die periskop nicht flache gewässer was heißt der flache gewässer 20 bis 50 das hatte ich eben auch schon ich bin da wo sehe ich eigentlich jetzt ob die mine da drin sind torpedos sowieso sind da torpedos jetzt okay erst mal pause ich muss ja irgendwie torpedos da einkriegen so ein man kann die nicht einfach wechseln weil der torpedos und man kann ja nicht einfach torpedos rausnehmen und die rein das geht ja gar nicht ach du scheiße ich glaube ich muss die abschießen hat sich nicht im buch torpedor wieder etwas was das spiel wirklich super erklärt vorher ach komm ich muss jetzt torpedos einmal wegwerfen ja ich muss alle abschießen das ist keine ahnung ehrlich hätten die mir das am hafen nicht sagen können schraubengeräusche kriegsschiffe kleine gruppe heilos so da ich aber auf schleichfahrt bin macht er ja nichts nach nicht das manuell aktivieren so das ist ja auch kein platz dass man das zwischenlagern kann und in die reinzunehmen ich hoffe einfach mal dass ich der einzige der jetzt dieses problem hatte wir können aber mal stoppen ist das gemacht wird ist ja auch nicht auf ist ja auch total unauffällig wenn ich jetzt hier einfach paar alle wegschießen kriegt ja keiner mit laden die eigentlich ich bin jetzt nicht sicher weil ein Junge? Der pennt. Ich bin hier auf Grund fast, na? Kann der das nicht? Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Heilo, 290 Grad. Oh, irgendwo ist was explodiert, na gut. Kann man jemand sagen, warum die jetzt nicht geladen werden? Ah, der Zerstörer hat das Bum-Bum gehört. Ich bin ja nicht mehr auf Schleicher, ich hab das ja ausgeschaltet. Genau deswegen, weil ich ja weiß, dass sie es nicht machen wollen. Ich bin ja nicht mehr auf Schleunze. Ich bin ja nicht mehr auf das Unterschleunze. Ich bin ja nicht mehr auf Schleunze. Ich bin ja nicht mehr auf Schleunze. Ich bin ja nicht mehr auf Schleunze. Knot im anderen Befehl gegeben. Ja, welche Befehl soll es ihm geben? Ich kann ihm Funkbereich überwachen geben, Schalter. Ich bin ja nicht mehr auf Schleunze. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Heilo, 390 Grad. Ja, der Maschinist, Schadenskontroll. Auf das Zahnrad. Das hier? Ne, das ist keine Tappetie. Ja. Ich bin Anker, okay. Ah! Er war in so einem direkten Befehlmodus. Okay, danke. Wieso bin ich jetzt hinten hin? Bah! Das Spiel erklärt mir nix. Also wenn der Zerstörung über mich fährt, bin ich tot. Ich bin ja wirklich nur auf dem Mini-Bereich. Okay. Entfernt sich. Also ich werde ja hier nicht drüber... Oh mein Gott. Die werden das Festland treffen. Okay. Ah, das sind die Minen. Und ich werde das noch nicht drüber machen. 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 jetzt muss ich noch mal stehen bleiben also eine mission ist ja entfernt sich werde ich werde nicht über mich fahren jetzt ist so eng das wissen die die würde ich würde sie kein großes schiff fahren sobald die minen geladen sind fahr ich geradeaus langsam und dann lege ich sie und dann einfach irgendwie weg die frage ist ob sich dort zurückzufahren oder hier hinzufahren aber ich muss ja dann irgendwie wie zurück naja das ist ja auch ein bisschen nervig beschäftige ich mir naja gut jungs also der fehler mache ich nicht noch mal so dann wird das das wird dann das geladen ich ich es ich 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 finde es aber toll, dass man das sieht, was sie da machen. Also. Kleine Fahrt voraus. Dann werden wir jetzt Mienen legen. Ich hoffe, das macht jetzt nicht Buben oder so, weil ich der Einzige bin, der es geschafft hat, sie dann irgendwie vorher zu aktivieren oder so, keine Ahnung. Da liegen sie sogar auf dem Boden, ne, das ist schön. Oh, oh, oh. Ein Minin! Ah, nein, das Fassages. Da liegen sie, wie so kleine Zäpfchen. Also diesen Befehl braucht man mir nicht geben, den hätte ich auch so gemacht. Okay, so, äh, was bedeutet Gebiet? Okay, das speichern wir jetzt. Das ist erledigt. Wieso hilft denn jetzt, ah, ich will es gar nicht wissen. Ja, hier sind überall Schraubengeräusche, Junge. 340 Grad, Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Heil Torpedo 2, gewartet. Aber jetzt klart's auch auf, ne? Das ist natürlich genau das, was ich wollte. Oh, ich seh keinen in der Nähe. 85,9 Stunden. Was ist das für der Rauchfahne hier? Das ist ein Wassertropfen. Was ist das für der Rauchfahne hier? So. Warte mal, das speichere ich jetzt, weil ich würde mal gucken, ob die darauf reagieren, wenn ich das jetzt, wenn ich die Telegramme jetzt abschicke. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ne? Also ich hab sehr, sehr viele Schraubengeräusche, mehrere Flugzeuge, Schornstein, und so alles, ja. Hab ich ja alles entdeckt. Dann wissen die, was hier unten los ist. Also Blaze spiel ich wieder Karten. Eiskalter Typ. Ja, dann kriegt unser Funke auch mal wieder was. So. Ich muss da aufpassen, ich will nicht zu schnell, weil manchmal tauchen die dann ganz plötzlich auf. Obwohl alle aufpassen. Das ist was wie Tintenfisch manchmal, das ist so wohl, ne? Was ist das? Torpedo-Rohr 2 gewartet. Torpedo-Rohr 3 gewartet. Torpedo-Rohr 3 gewartet. Okay, das ist aber der Moral-Offizier, anscheinend. Oh, 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 oh. Die Sicht geht jetzt mir ein bis zu hoch. Oh, sicht weite ist aber jetzt gerade extrem hoch, gegangen. jetzt alle nach hause gefahren oder um ich kann verstehen warum youtuber diese strecken manchmal über springen rausschneiden aber kann es nicht natürlich noch ein bisschen beschäftigen was man hier sieht ich hoffe dass hier ein paar leute level ups noch kriegen jetzt diese ganze aktion ein rauch kleine gruppe peilung 15 grad auf sehrohrtiefe nach vorne ja das war nicht wirklich hinsetzen Auf E-Motoren wechseln. Schauen Sie mal an. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 20 Grad. Alarm! Auf Gefechtsstation. Alarm! Alarm! Ich werde mich jetzt nicht mit Kriegsschiffen anlegen, wo ich so wenig Torpedos habe. Da ist, ich will ja einfach hier vorbei. Gut, schauen wir mal. Das wird dann nicht den Horschraum besetzen. Die fahren weg. Das ist gut. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 195 Grad. Wir haben mittlere Fahrt. Was haben wir denn? Dann machen wir mal eine erhöhte Fahrt. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 105 Grad. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Oh, 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 oh. Die drehen. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 350 Grad. Kurs auf diese Koordinatensätzen. Bestätige. Könnte sich auch in einem Konvoi verstecken. Da hört man ein. Hören Sie sich nur gegenseitig. So eine Art Windschatten unter Wasser. Minenleger. Absolvieren Sie einen Kampagnenziel. Minenlegen. Yay. Erfolg. Ich kann aber nicht Feindfahrt beenden. Ja. Das sind mir zu viele. Das ist schon mal eine Sache. Ich freue mich, dass es Archivmitz jetzt gibt. Das ist so. Aber ich habe natürlich Kanalminenleger bekommen. Ja, ne? Also, sie bleiben auf Entfernung. Also, wenn ich hier das jetzt einraste. Dann sehe ich sie wenigstens auch mal. Oh, das ist so ein Parallelkurs. Das ist gar nicht gut. Und dauert das länger, bis ich hier draufklicken kann. Auf blaulicht schalten. Wir haben 18 Kilometer. Die sind sehr weit weg. Ich bin hier am Rand von meinem. Aber... Ich mache es seit drei Stunden nur Murks. Ja, ich würde das gerne noch beenden. Na, ich... Ich habe ja noch Zeit. Wer an sich... Also, diese Mission kann man nicht... Also, nicht alle. Einige vielleicht. Aber... Die hier kommt man jetzt nicht so einfach mal eben. Dauert länger als die erste Patrouillen-Mission. Wie weit ist denn der jetzt? Der hier kommt nämlich... Ah, der entfernt sich. Okay. Kommt irgendjemand näher? Nein. Ich habe nie eine Idee, wenn wir mal langsamer. Weil... Wir fahren ja nur die ganze Zeit parallel zueinander. Das ist ja ein bisschen doof. Würde ich eigentlich gerne ein bisschen mehr dann hier runter. Oh, hier habe ich noch Markierungen von mir. Ich hatte ja so meine erste Begegnung. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung, 10 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung, 350 Grad. Schraubengeräusch, Kriegsschiff, Peilung, 60 Grad. Schraubengeräusche, kleiner Konvoi, Peilung, 345 Grad. Ja. Die waren zweit genug entfernt. Oh. Also das hat jetzt sehr viel Zeit gekostet, mich dadurch zu manövrieren. Aber dann nehme ich das gerne. Dienstag, 12. September 1939, Hafen von Wilhelmshaven. Wir kommen immer nachts an. Oh. Horst Weber hält eine neue Auszeichnung, U-Boot, Kriegsabzeichen. Da fehlt aber ein Zeichenswichtigkeit. Der Knut, der kriegt die auch. Der Minus, der Radominus kriegt auch ein. Der Blaze kriegt auch ein Kriegsabzeichen. Ja, warte mal. Für Blaze später. Ich kriege aber nicht das Kreuz Kreuz, der erster Klasse. Aber ich kriege auch das, weil ich ja zwei mitgefahren bin. Also die, die wirklich die originale Darstellung möchten, das kann man auch aktivieren über den Workshop. Aber ich mache es nicht, weil Twitch und YouTube da nicht das gerne sehen. So. 500 plus 100. Minen liegen, britische Minen will 1 von 3. Ja, toll. Ich muss auch zwei machen. Und dann habe ich das für die nächste Phase zu fassen. Ja, aber übrigens. Plus 4000 Minen liegen. Ich habe vier Tage gebraucht dafür. Sehr schön. Ich will aber hier jetzt erstmal hier. Ja, ich möchte mal. Ich habe keine Topedos, man. Ich habe die irgendwie verloren. Mir sind so ein paar Topedos abhanden gekommen. Erstmal die, die, die ein bisschen mehr toll. Ach, woher denn? Hallo, Masaki. Oder Take Masaki. Ja, es kommt drauf alle, was du von diesem Spiel erwartest. Es ist sehr... Es ist für Leute, die so Arkad-mäßig spielen oder 100% Realismus haben wollen. Kann man alles einstellen, wie man will. Die Missionen sind recht abwechslungsreich. Also es passieren auch andere Dinge. Das sind alles Schrott-Torpedos. Ich habe jetzt zwei Stunden für eine Minen-Lege-Mission gebraucht, weil ich mich immer wieder verstecken musste. Weil Kampf da nicht so die beste Idee gewesen wäre. So, jetzt haben wir nämlich das. Ich mache jetzt keine Minen-Lege-Mission noch mal. Auf tanken. Ja. Man kann es auch komplett in der Ego-Perspektive spielen. Was ich jetzt aber auch wegen... Damit man das auch hier im Stream mal sieht, wenn man mal was abschießt oder nicht mache. Dass man einen Kommandant spielt und den Leuten Befehle erteilt. Die Missionen sind auf jeden Fall sehr langwierig. Vielen, vielen Dank für deinen Follow-up. So einfache Patrouillen-Missionen kann man recht schnell. Ich hatte mal eine Patrouillen-Mission. Da bin ich nicht einem Schiff begegnet. Das ist sehr nervig, aber passiert. Dann passiert wieder sehr viel. Und je weiter man im Spiel kommt, desto... Naja, desto mehr Möglichkeiten hat man. Und mehr passiert auch. Also man hat hier so einen Kampagnen-Fortschritt. Ich glaube, das kann man mal zeigen. Oh, hier Kampagne. Dass man hier bestimmte Schiffe jagt. Und die Bergung durch eine Enigma. Also irgendeine Bergung macht. Eine Übung. Bestimmte Operationen, die wahrscheinlich so nah an solchen Aktionen in der Realität waren. Und dann nochmal Minenfelder. Oh, durch Kribal. Äh, Gibraltar. Also man muss auch mal ganz weit fahren. Kriegt man sogar Fähigkeit? Ruhe im Boot. Südliche Routenböckpit. Die Arktis. Oh, cool. Da freue ich mich, dass man mal die Arktis auch dann sehen kann. Rupa. Die Schlacht bei Gazala. Äh, okay. Goldbergen ist auch nicht schlecht. Entscheidungsschlacht. Das ist, glaube ich, am Ende gewesen. So, Uro, das war vor drei Tagen für den Dienst befreien, weil wir so viel nachwisten. Ja, ähm, kannst natürlich auch, dass du viel mit deinen Leuten machen. Die haben auch, äh, Ereignisse, habe ich jetzt bisher noch nicht so gehabt, aber die haben auch, oh, der de, 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 de place, den ich hier habe, den muss, der ist, äh, der will. mannschaft mannschaft genau der place hat ein level ab so weit ich das gesehen habe dann kann ich in dem haupt fähigkeiten geben da ja mein direkter verbindungsoffizier ist hier aber die wir denn der offizier ortet feindliche schiffe 25 prozent schneller im manuellen modus zusätzlich stabilisiert der offizier schießt mit kanonen und abwehr geschützt genau ich glaube ich würde das machen dass ich den aber er spielt auch sehr viel karten bei einem offizier mit der kommen zu eingesetzt wird wird das stressniveau oft ich glaube ich nehme das also der hat jetzt in der letzten mission so viel karten gespielt und hat die leute beruhigt dann werde ich den glaube ich auch darauf spezialisieren wenn der stress an bord wäre das einsatz zum ersten auf 100 prozent ansteigt macht die anwesend hat es offizierter zum mut und gibt keine negativen auswirkungen okay ich mache das aber mal erst guter kartenspieler lassen wir ein guter kartenspiel ansonsten hätte ich jetzt vielleicht artillerist gemacht dann habe ich wenigstens ein der das auch machen kann sollte es mal dazu kommen ansonsten brauche ich jetzt auch noch nichts aus man kann auch hier die sehr detailliert die dienstpläne machen wer was tut und wann und warum ja ich hab's auch gesehen erst händler das hat er von anfang an mit spezialisierungen verursacht weniger lärm sehr cool apropos ich habe ja hier ans ansehenspunkte bekommen ich glaube das war bei dem jana verbindungsoffizier um die befehle vom bdi weiterzuleiten wie kann ich ihnen behilflich sein ich möchte über privilegien bitten glaube ich eröffne keine mit ansatzpunkt genau erhöht die maximale anzahl von offizieren an bord das wäre natürlich eine gute macht freie fahrt heffen auszulaufen ohne zuvor befehle zu halten brauche ich jetzt nicht fügt noch einen einsatz ich glaube ich mache hier erstmal noch ein offizier an bord oder ich brauche ja auch noch ein offizier lang alles gut herr kommandant und möge ihr nächster einsatz ein erfolg werden ja ja ich bin zwar mit dem rekrutierungs menschen da lege reden und ich klicke auf dich so ich klicke noch mal auf dich selbst das ist super viel glück bei ihren einsatz herr kommandant dies könnten ihre neuen besatzungsmitglieder sein möchten sie ihre akten einsehen ja ja haben wir denn offiziere diese rekruten könnten sich als wertvolle unterstützung für ihre besatzung erweisen ok da ist offizier wissen das wollte sich sehr was er ist aufgewachsen im kleinen örtchen schmiedefeld in dresden ok als er vor dass matrose für urmut gesucht werden muss der kurzen lehrer ja aber was ist er denn das befehlshaber wegen diesem symbol die anderen hatten das auch ich brauchte kein befehlshaber spräuchten funker nutzt dass sie kommen ach so weit er dieses ok weil er dieses symbol ok jetzt habe ich es gesehen das wäre so ein standard icon das jetzt nicht weil es kein vergleich aber ich brauche keinen zweiten befehls habe ich bräuchte ich welche funker guter befehls habe er ist natürlich so ein typ der dann alles können teilweise wäre kann man nicht matrosen elbert vogel zum beispiel aber noch befördern ja ich habe privilegien punktet das kommt darauf an was man also ist erklärt es ist es hat tutorials die die am anfang schon die grundsachen die man steuert oder normal mithilfe der mannschaft schießt ich hatte aber zum beispiel jetzt gerade die mission mit dem liegen legen und da wird eigentlich sofort erklärt wie das funktioniert und ich musste deswegen einige torpedos aus meinen rohren weg schießen weil ich die nicht geladen hatte ich kann ja mal gucken ah ja ja wieso nicht manches mal das ist doch funker er ist läufer und funker sehr schön das ist doch da so der vogel zum beispiel aber ich zeig es mal jemand mit dem bestätigen also man kann jeden übernehmen in offizier perspektiven haben das schiff sich angucken kann man auch hier zum hafen raus wenn man möchte weil hier alles wieder dunkel ist also wenn man torpedos abschießt muss man das am periskop machen und normalerweise die offiziere rechnen diese torpedos also wie man die abschießt und so weiter alles automatisch man kann es aber auch manuell machen und das selbst berechnen alles also das erklärt das spiel jetzt so nicht wie das funktioniert das muss man sich selbst beibringen oder irgendwo gucken also wenn es wirklich zu dieser harten simulation geht wie du was bedienst auch wenn du hier im schiff wenn du hier dieses teil hier oben bedienen möchte ist also wie man das hier wirklich per hand regelt alles das erklärt das spiel nicht das finde ich schade da arbeitet das spiel damit dass du die offiziere auch nutzt obwohl du alles selbst benutzen kannst also du kannst alles selbst einstellen regeln und so weiter wenn du das möchtest es gibt ja auch diesen modus dass du nur aus der sicht von einem offizier hier oben läuft und so weiter ich würde wenn man gerade das spiel das erste mal spielt wirklich mit zu diesen anfängersachen sagt wieso habe ich den jetzt wieso ich wollte eigentlich nein ich wollte den reden um die befehle vom bd also schwierigkeitsgrad am einfach erst mal auf anfänger oder so einstellen wie man es gern hätte das ist das probiert man einfach rum am anfang jetzt guck mal was für ein befehl abends befehle vom bdu streng war gibt es denn hier noch machen wenn denn jetzt der patrick will jetzt keine minen liegen ich bin ich mache dann wenn ich nur diese auswahl habe mache ich hin nein da will ich da mache ich hier den die patrouille hier diese patrouille mache ich ich will jetzt noch mal was einfach sagen also was ruhiger gut das heißt ruhiger gut wir müssten eigentlich jetzt alles haben ein budget so ja irgendwas ist ja erforscht worden ich habe solche forschung auf automatisch gesetzt weil es wird alles gibt tutorial dafür dass du deine offiziere dass du einem abstellst der dann forscht ich fand das seltsam das system ich habe das jetzt so eingestellt dass die forschung auf der darauf basiert wie das in realität entstanden ist also wann diese technologie auch zu der zeit erschienen ist das habe ich mir jetzt so eingestellt weil ich finde das forschungssystem etwas seltsam aber das muss jeder selbst wissen so ich wollte mal gucken kann ich mein boot aufrüsten irgendwas aufrüsten die kuration ich kann die kuration weihnachtsbaum ich kann mir den weihnachtsbaum hier einstellen ist ja doch nicht genug platz dort sonst gescheide ich jetzt nichts zu machen ich baue mir einen weihnachtsbaum da rein das emblem also kann man die tarnfarben also das von dem dlc dass man die tarnfarben nutzen kann oder das deck geschützt entfernen ja das ist auch möglich das behalte ich aber trotzdem so gut ich kann also nix machen dann werden wir mal den kurs setzen auf diese koordinaten setzen wir machen halbe fahrt place ist nur am kartenspiel ich habe dessen ich habe nachgeguckt ich habe es ich habe sehr viel ist das kann man auch ausstellen wenn man das mit dem essen nicht haben möchte aber ich finde das ist eigentlich etwas was ich auch sehr okay finde dass das noch dazu gehört ja ich gucke wie das reagiert das spiel mit dem essen noch ich experimentiere irgendwie noch mit im moment ist vielfältige gerichte plus 8 bettes vermissen sie kurien sind nicht besonders bequem kubo ja dann fahren wir jetzt zum nächsten einsatzgebiet kubo und werden mal äußerste fahrt machen kubo das gute eine schläft kubo oder andere arbeitet aber irgendwie werden wir nicht alle angezeigt ich bin blind kubo ich muss ja durchschalten kubo das ist ja doof kann man das hier vergrößern kubo ich habe zum beispiel realismus kann auch 44 prozent kubo kurs auf diese koordinaten setzen jawohl herr kann ich mache immer gerne dass die mitte kubo tauche da mal und macht dieses radar kubo übrigens hallo martialium kubo von übertragen kubo aber jetzt kriege optionale sachen kubo funkt telegram gesendet endlich ein paar stunden pause von kubo starte melden sie sich zur wache ich benötige etwas unterstützung kubo er hat soeben ein mögliches ziel innerhalb unserer reichweite gemeldet ich will nicht ganz langsam kurs südlich führen an das kurs südlich der fährt dann auf mich zu kubo auf diese koordinaten setzten schnelle fahrt kommt näher kuppo ok das speicher mehr kuppo sich weit ist null kuppo oder was ist das denn tauchen auf 35 meter kuppo besetzen standseerrohr besetzen standseerrohr besetzen auf ehemotoren wechseln 35 meter torpedorohr 4 gewartet wo ist denn der kuppo aktuelle tiefe 30 meter anblasen auf dieselmotoren wechseln melden sie sich zur wache wir sind aufgetaucht torpedorohr 2 gewartet das ist jetzt seltsam kuppo der sollte südlich fahren aber ist nicht auf mich zu mir gekommen und alle petten kuppo zielposition erreicht ich würde trotzdem nochmal hier versuchen tauchen auf 35 meter forschraum besetzen standseerrohr besetzen standseerrohr besetzen auf ehemotoren wechseln 10 meter ich benötige hier etwas unterstützung er ist mit ficht kuppo 30 meter abgedriftet schraubengeräusch wow 15 grad 35 meter entfernt sich ach komm mit 80 km entfernen nee das ist weit kuppo 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 kurs auf diese koordinaten setzen 30 meter anblasen aktuelle tiefe 10 meter auf dieselmotoren wechseln torpedorohr 2 gewartet diese kompressoren schalten kuppo wir sind aufgetaucht endlich ein paar stunden pause ich könnte etwas hilfe gebrauchen ja ich kümmere mich darum ich kümmere mich darum schöne sichtweite kuppo wir wurden von einem nahegelegenen u-boot über ein mögliches ziel in diesem speed informiert kurs südwestlich ok 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 cool kurs 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 oh verdammt navigation besetzen ich benötige etwas unterstützung ich könnte etwas hilfe gebrauchen ich verirr mich sonst ich habe übersehen dass meine navigation untergegangen ist weil ich immer gewechselt habe sich in den beinen aber keiner hat die karte bearbeitet ist natürlich blöd ich bin sehr müde wir sind aufgetaucht was ist schon lange aufgetaucht ich will wenigstens heute mal einen noch mit einem torpedo erwischen die einzige tonage die ich weggesprengte da war ich auf an bord und habe da die sprengladung besetzt guck auf fünf meter auf ehemotoren wechseln 35 meter ich benötige hier etwas unterstützung schraubengeräusch peilung 135 sie ist als erledigt herr kalorien ab 131 sehr gut sofort hoch 30 meter aktuelle tiefe 10 dieselmotoren wechseln ich kümmere mich da oben herr kalorien wir sind aufgetaucht melden sie sich zur wache torpedorohr 2 gewartet große fahrt voraus kurs setzen torpedorohr 3 gewartet tauchen auf 35 tauchen wir noch mal und kubus schauen wir mal ob wir vielleicht hier dann noch jetzt doch ein kreiser aktuelle tiefe 5 auf e-motoren wechseln komm ne torpedorohr 1 gewartet 35 meter schraubengeräusch handelsschiff peilung natürlicher 115 grad 30 meter anblasen auf dieselmotoren wechseln melden sie sich zur wache wir sind aufgetaucht navigation besetzen uns wurde von einem verbündeten boot ein mögliches ziel in unserer nähe gemeldet das ist glaube ich der den ich sogar gesucht habe man diese jagd ist jetzt aber ein bisschen das ist der das ist der den ich die ganze zeit suche abfangen nicht möglich bestätige ist viel zu weit weg als dass ich irgendwas sehen könnte ich habe mir noch ein gebeten habe nicht jahre ich habe mir noch ein gebeten habe ich mir noch ein gebeten habe ich die jahre Ich finde es schöner, wenn sie zu mir kämen. Zeit für eine Auszeit. Tauchen auf. 35 Meter. Porsche Raum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Auf Ehe-Motoren wechseln. Schraubengeräusch. Peilung 220 Grad. Ist das ein Witz? Der hat mir vorbeigefahren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Aber das ist wieder ein anderer, ne? 30 bis 50 Kilometer. Anblasen. 35 Meter. 15 Meter. Bestätige. Auf Dieselmotoren wechseln. Akaloin, wir sind aufgetaucht. Also hier sehe ich noch gar nichts. Manchmal hat man vielleicht Glück, dass man dann doch irgendwie noch die Fahne sieht, aber... Wir wurden von einem nahgelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Ja, ist klar. Ich werde mich jetzt nicht da... Hier war irgendein Ding. Das ist irgendein anderer Kontakt. Der kann jetzt nicht 80 Kilometer wieder weit weg sein hier. 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Schraubengeräusch. Peilung 70 Grad. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kalon. Anblasen. Okay. Der ist an mir vorbeigefahren. Jetzt werde ich die ja wohl sehen können, oder? 45 Meter. 5 Meter. Bestätige. Auf Dieselmotoren wechseln. Torpedo-Rohr 4. Gewartet. 9, wir sind aufgetaucht. 10, wir sind aufgetaucht. Entweder trifft man ganz viele oder irgendwie nie einen. Später sitzt auch immer in diesen Riesenkonvois unterwegs. Da muss man auch mehr aufpassen. kurs auf diese koordinaten setzen sich kontakt 20 grad vom telegramm gesendet alarm auf gefechtsstation der sieht was ich nicht sehen wozu ein niveau in der lage ist 20 grad ich sehe da nix junge da kurs auf diese koordinaten setzen ok wir sind immer noch nicht gesucht taucht da im nid so so jetzt haben wir den nämlich gut jetzt macht er nämlich hier die torpedolösung ist ist ein politischer frachter also sie drohen wird es dann so auf der die lösung ja er macht die lösung man kann das auch manuell machen das prinzip ist eigentlich so schwer es ist nur ich mache es lieber erst mal so das ist also der frachter der ist ziemlich schnell unterwegs für mich auf diese koordinaten setzen natürlich schauen wir mal da wird ungefähr so fahren da ist doch eine kommt ok also jetzt kommt zwar gut ist jetzt nicht ganz richtig aber ungefähr unter 80 prozent sollte man erst mal gar nicht daran denken torpedos abzufeuern jetzt zwar hat 20 kmh drauf ist wirklich schnell unterwegs sehen hat er mich jetzt noch nicht ich finde es toll dass man auch so nah ran zoomen kann dass man das hier so sieht die emperor haven die emperor haven die emperor haven Ich benötige hier etwas Unterstützung. 61 Prozent. Wir hatten doch noch so einen anderen Kontakt. Sieht man den? Naja. Am Horizont sehe ich jetzt nichts, aber das heißt nichts, wenn man getaucht ist, heißt das nichts. Die könnten uns entdecken, wenn sie gute Augen haben. 78 Prozent. Langsame Fahrt voraus. Später ist es immer ganz interessant, wenn man so einen Konvoi hat mit Zerstörern und so. Du willst ja diesen einen Frachter, der da irgendwie in der Mitte ist. Oder zwei, drei Frachter gleichzeitig. Man kann ja dann später mehrere Lösungen fast gleichzeitig machen. Und wenn das dann klappt und dann abhaust, das ist dann Wahnsinn. Also das ist schon ein schönes Gefühl. Ich will mindestens 95 haben, bevor ich da irgendwas mache. aber die Peinung, also da ist auch noch einer. Er kommt näher. Jetzt können wir sogar den schnappen und dann in die Richtung mal fahren. Ich will denen aber auch natürlich Nahrung da lassen. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt Herr Kalloyen. Ja Herr Kalloyen, ja wohl Herr Kalloyen. Hier muss man nämlich erstmal den Typ dann zuweisen. Man muss erstmal kennen, was ist Typ, wie ist der Tiefgang. Der ist nämlich bei dem hier 8,9 Meter. Das ist nämlich wichtig bei der Einstellung. Da muss die Geschwindigkeit messen. Die Lage, die Entfernung musst du dann ausmessen. Das ist schon nicht einfach. So, wie sieht es aus? Ich glaube ich jetzt nicht. Ja. Ah, 95. Ah ok. So, dann können wir nochmal gucken. Ich werde 2. Das wird ausmessen. Das wird Charlotte. Bei der Festation wird es eine beOutset. Naja. Dann denken wir da mal aus. Ich oder wegg ribe. Wenn man angestellt hat, wie Doppel ich dabei? das sieht nicht gut aus ich glaube nicht dass das gut aussieht das sieht nicht gut aus sehe ich von jahrs aber der andere trifft der andere hätte ehrlich der eine hat versagt der andere ist daneben kommt heute ist aber wieder das ist zu fassen junge ihr werdet jedoch treffen der winkel ist auch kacke geräusch 40 sekunden bis torpedoeinschlag die eine fährt der fliegt da immer noch was 20 sekunden das ist ein blöder winkel ihr wollt mich verdoppeln hier der winkel ist jetzt wissen sie dass wir da sind ok plan b anblasen aktuelle tiefe 5 meter schneller schneller auf dieselmotoren wechseln wow was ist das denn denkgeschütz besetzen ok das ist neu herr kallon feindliche schiffe machen sie im gefechts bereit Zeit unseren Mut zu testen das sind wir jetzt endlich mal aufgetaucht jawohl ich kümmere mich darum das geht nämlich auch das ist ein bisschen schnell kurs auf diese koordinaten setzen habe ich eigentlich die richtige munition haben die Das war's. da fällt was um Feuerendeck sehr schön das kann man besser sehen wie lauten Ihre Befehle Herr Kalleun? eine weitere erfolgreiche Unternehmung gute Arbeit Männer Höhlenbruch Sie sinken yeah yeah das war aber teuer hier fahren wir mal hin so kommen wir mal hier am Rettungsboot mal gucken wir hier hier sind keine Offiziere an Bord das ist aber schade jetzt speichert er dann geben wir ihnen aber Vorräte Dosenbrot so alles Gute Jungs war nichts Persönliches ah den Kapitän und den Maschinisten, den nehmen wir natürlich mit bringt schon Punkte ich gebe denen ja noch wieder ein bisschen Dosenbrot mit hier alles Gute Jungs gut mal liegt hier irgendwo als Ersatzteile Verbandskasten kommt ne da brauche ich es ich benötige hier etwas ich benötige hier etwas Unterstützung so wir hatten ja hier noch einen anderen Punkt irgendwas in der Sicht hier ach ich habe das sogar fertig ich gucke aber trotzdem noch mal ob da noch irgendjemand ist so so ja jetzt ich kann es ja mal wieder machen wir kommen hier flaggen wissen rosa dotieren jungs da ihr werdet das schon schaffen wie gesagt nichts Persönliches aber sonst habe ich jetzt dieser Typ nicht mehr ne bestätigen bestätigen rohr 1 geladen gut alle beleuchtung dass ich jetzt dass ich aber heute jetzt noch keinen torpede erwischt habe das wird mich jetzt schon nach na was weiß man wird sich schon zu helfen wissen halbe Fahrt voraus rohr 2 geladen Kurs auf diese Koordinaten setzen rohr 3 geladen rohr 3 geladen rohr 4 geladen torpedorohr 1 gewartet torpedorohr 2 gewartet torpedorohr 3 gewartet torpedorohr 4 gewartet torpedorohr 4 gewartet na gut dann fahren wir zurück zu unserem Hafen wir haben unsere Aufträge erledigt sogar den Bonusauftrag den haben wir auch erledigt da haben wir drei Missionen gemacht zwei Patrouille und einen Minenleger von an auf jungs ich bin wieder da mein 20 September 1939 das ist doch keiner als wasserfest schon peinlich fast eisernes kreuz zweiter klasse ich krieg das eisernes kreuz erster klasse das ist ja schick deutsches kreuz im gold ist schon mal der karläuter gepitt verbot gefällt ja wieso nicht na also ich denke es bestimmt ganz witzig das war einfach mal zu zauber das schiff auf dem seeweg von london nach bergen ich wusste auch ein bisschen üben was bedeutet dieses daher jagen manchmal trifft findet man die leute einfach nicht schön ansehen punkte bekommen erfahrung der besatzung zu 75 punkte gestiegen ist irgendjemand aufgelöst die leute die aufgelöst sind das kann man nämlich noch machen so das ist nämlich hier meinen mechaniker das ist der leitende mechaniker ist auch sehr wichtig der offizie ist nun für die menge abgaben motor erheblich reduziert das ist sehr gut dass man da nicht so schnell entdeckt wird reparatur ja ist natürlich auch sehr praktisch aber sollte erstmal gar nicht entdeckt werden wiederverwertung mit werkstatt ja ist auch gut gründlich überprüfen ich mache das hier mit der motor spezialist der ist immer sehr motor der typ das ist der normale mechanist die den mache ich aber hier mit dem torpedos weil der ist eigentlich immer meistens an den torpedos der knot dann macht man hier die wartung der ist hauptsächlich betont wartung geschäftig muss so ich habe meinen charakter nahe offizierort hat fand ich schiff um 15 wird schneller das wäre praktisch flugabwehr habe ich nehme das hier der fokus gebe ich im fokus der vogel der ist neu der hat noch kein level ab und jetzt er ist noch recht neu jetzt hat jeder auch schon zwei im grunde es ist sehr gut aber ich gebe noch den beiden könnten ihre neuen besatzungsmitglieder sein ich habe ein paar gefangene für dich oder überlebende ich weiß ja nicht was mit dem anstellt so haben wir nämlich die punkte auch also ich gebe davon aus so sah der typ nicht aus der lager das sieht nicht sehr militärisch aus dem sich die lagerbestände an das kalium ab so ja das ist gut für den luft als die luftfilterung immer wieder ein bisschen dosenbrot ist immer gut vor allem für die überlebenden aber mal hier wieder ein bisschen nahrung auch dann schwäne pflicht das ist auch sehr wichtig dann kriegen ja so torpedos ja das sind alles diese blöden torpedos gewesen hat die 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 kosten die explodieren auch einfach nicht gegen stemmen genau haben wir hier noch die taucherglocke wirkt die taucherglocke ist ich weiß wusste gar nicht dass man die postole überhaupt auf irgendwas einstellen kann also nein ich weiß es nicht ich stehe noch mal ich nehme ein damit mit zweiter mit mit das hatte ich es jetzt am sehr praktisch gefunden kraftstoff auftanken schön ich glaube im öl exzess war das viel heftiger ich glaube irgendwie ich habe es einfach nicht wirklich ich nehme die rote 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 die rote so am Rohr ach so wo bin ich denn jetzt? Falsche Seite Toll, ich bin der Falsche Bisschen hier So Bestätige Ah, okay Aufschlagzünd Ah, jetzt verstehe ich Ja Aufschlagzünd Okay Magnetzünder Das kann aber auch nach hinten losgehen Mein Boot ist ja auch magnetisch War aber gut zu wissen Was man das auch hat Guck mal, das ist auch so was So ein Detail, was mir da nicht erklärt wird Gut Ja, es sind ja die, die auch so Ich glaube in dem Film Jagd nach Roten Oktober Spielt das zum Beispiel eine sehr große Rolle Wenn der Zünder noch nicht scharf geworden ist Ich glaube diese Szene, dass er das Boot so schnell erhöht hat, dass der nur an dem Ding abgeprallt ist Bei der Zeitzünder sich noch nicht aktiviert hatte So Daran speichere ich hier natürlich die große Normale Stand wie beim nächsten Mal auch weiter Und schauen ob es morgen ist oder erst Das nächste Woche Also nicht die Zins Innerhalb der nächsten Woche Schauen Ich brauche Bereitschaft Ich werde jetzt erstmal schauen Also ich hoffe es hat euch Spaß gemacht so einen Anfänger wie mir mal zuzuschauen Vor allem wenn Leute das schon viel viel besser kennen oder Macht aber ich habe wie gesagt ich habe ja nur ein paar stunden Also ich habe ungefähr 20 stunden im early access damals vereinzelt gespielt Und Ja Sonsten war das einfach Ja tausend stunden ich weiß Also ich habe andere spiele die ich tausend stunden habe Na dann können wir darüber reden Es ist ein Zeitfresser auf jeden Fall und es macht aber auch Spaß Ähm Ich werde euch auf jeden Fall jetzt erstmal Ach So Gut alles ist eingestellt So Also oh gut macht Spaß Na aber man muss sich rein fuchsen Es wird nicht immer alles erklärt Äh Das mit den Minen war jetzt doof dass ich das bitte sich die im rohr hatte ne und anders kann man die nicht mehr raus holen außer dass man sich zündet Ist doof Ist doof Äh Aber das macht man nur einmal den Fehler glaube ich Oh Ja Es war auf jeden Fall Spaß so dieses durch den Kanal zum Beispiel zu fahren Während die ganzen zerstöre über dir rumlungern Na das macht schon kürre Aber auch Spaß Zünd den Knaller klatschen Ja ja Hehehehe Auf jeden Fall danke äh die äh Follower auf jeden Fall freut mich sehr ähm Ich hoffe auf jeden Fall dass ihr noch einen schönen Abend haben werdet ne und 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 euch äh selbst noch beschäftigt oder ins Bett legt ja Ich wünsche euch eine gute Nacht Danke fürs Zuschauen Und Vergesst nicht Möge die Macht mit euch sein Ich hoffe auf jeden Fall – Herzlichen Glückwunsch – Bis zum nächsten Mal